Hilfe! Hilfe! Ah ja. Komm zu Leute, guck 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 guck. Willst du mich ernsthaft da jetzt reinlocken? Nein, ich bin tot. Die Liste ist voll. Einen Platz noch? Nein, keiner mehr. Voll. Schnaggels geht gerade das letzte Ball. Ach so. 30 von 30. Geil, Alter. Wunderschön. Ola ola. Ja, super. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr warten. Dann können wir direkt starten. Let's go! Los! Äh, ach so. Schnaggelschadows übrigens. Wo ich gestern meinte. Einer von 2. Mehr von 2, von 3, von 5. Schadowtiger. Ah, krampig. Hallo, du neuer. 3, Liga 4. Der ist sehr nett. Macht einen guten ersten Eindruck. Ja, Ladeschonke läuft. Ja, läuft. Dann aber wieder am Platz 2. Ich hab im Hintergrund geklickt. Ja, ja. So, ja, schnaggelsch bei mir. Losti. Ich seh mein Team noch nicht. Oh, Johnny. Natürlich. Mit Matti auch noch. Ich bin ein psychopathischer Mörder. Was ist los? Oh, ich find mein Team wunderbar. Du hast ne Sockerauffahrt. Ich find mein Team auch gut. Also, Faust war gerade richtig in die Scheiße gegriffen. Warum? Wir haben nicht. Aber wir haben nicht. Aber wir haben nicht. Wir haben nicht. Wir haben mich. Wir haben Masi. Wir haben Henker. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wer sonst noch ein Team war. Aber Faust oder Chevy. Wir machen euch platt. Faust oder Chevy? Okay. Hallo, ich bin auch noch da. Ich hab schnaggels, okay. Ich hab gesagt, ich weiß nicht, wer noch im Team ist, Junge. Wer ist auch noch da, Freunde. Wer wenn mal und mal leben bei? Der steht da. 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 Der ist kurz, Alter. Der ist da von mir. Der ist da angewesend war. Grüezi fix. Daher. Fängt da wieder zu fahren. Ich stummig am besten mal. Ich seh überhaupt keinen hier. Nein. Nächstes hab ich noch einen mitgenommen. Was brauchst du, so hast du schon wieder stehen. Echt? Naja, wir haben viele Jobs. Ist nicht so schlimm. Ich seh nix. Wunder, echt bin ich aufm Dach rum? Geht auch aufm Dach, ja geht. Hi Marlon, wie geht's dir? Alles fit? Ich glaub, ich glaub ich bin aufm Dach. Weißt du genau, ich glaub ich bin aufm Dach. Fünf Leute, fünf Punkte runter sind jetzt hier, aber das geht mir nicht, ne. Ne, ich verlaupt. Nein! Ja, du Scheiße, Alter, du Schwein. Ah, aufm Dach, Junge. Komm runter. Aber ist ein geiles Setting von der Map, muss ich sagen. Finde ich cool. Beruhig dich, komm runter. Bei den Grabsteinen, da sind wir hier. Läuft noch gar nicht viel. Ach Marlon! Wo bin ich denn hier gespawnt, Hilfe? Ah. Nur haben wir den Püftel geholt, ja. Nein! Ah, nun wieder aufm Dach, Alter, einer ist aufm Dach. Der muss weg. Ja, 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 ja. Hör mal, Renu, vom Dach runter. Hä, ich bin nicht aufm Dach, du Depp. Ich bin auf so'n scheiß Turm gespawnt. Was ist denn? Ja, wie war das denn? Ich weiß, den Jungs, Gleichstand kommt. So'n gewedelt abfahrt. Johnny kommt dahin, pass auf, schnuggles. Johnny, du, nee, auf die Welt. Hab ihn. Ich glaub, das ist grad Moor. Da war noch einer. Na, ich seh den ganzen Büschen nicht. Ja, wie krass geht von. Ah, der Schnauble ist aufm Dach. Der Jungs. Der hängen alle in einem Echt. Gibt's doch nicht. Hab ihn nur bei dem Grabschlein. Das aufm Dach ist echt unfair. Der Jungs. Hallo. Hallo. Hallo, schön. Hallo, schön. hinter uns ich sehe auch nichts hier heute ganz kloppe sache hier ich habe noch gar nicht die andere seite der map gesehen ich sehe keine gegner ja ich mache irgendwie null kürze wir verlieren 10 killst du eine minute das regeln wir jesse wie bist du gekommen dann kommen wir drunter schon wieder einen auf dem dach oben noch 30 und ja ja ich habe hier kommt tokio komm raus ich habe dich auch nicht gesehen ich habe nur auf gut glück geschossen zum warm werden erst mal erst mal zum klarkommen erst mal wieder auf dem boden in der tatsache kommen wenn du ich bin trotzdem was habt ihr gemacht die säcke also was mit runter kommt aus als maul naja serviert mehr oder ja ich bin noch auf der ersten seite ist mir alles scheißegal ich bin noch auf der ersten seite ist mir auch rausgesucht wir sind beide auf 21 22 das geht nicht auf rechts steht der platte geil da und ich gucke nicht drauf stimmt können wir ja noch mal schnell einwerfen wie haben wir denn hier heute ich war noch nie da drin und ich will auch gar nicht unseren liebling hängen kann immer noch mit rein so dein ernst mal wieder oder ist es nicht oder ist nein nein das normale strecke ist okay ja ist gut ist gut ich mache kein kontakt wie sie irgendwie einreden ein ein macht keinen kontakt aber regen ein auto 1000 mal das ist ja 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 was machst du noch so blöd ja manchmal 100 hänkel enttäuscht mir nicht hey johnny ich dachte du hast eine maske auf habe ich auch das hat gerade kurz ein paar sekunden gebraucht weil ich jetzt schwammt habe zwischen den scheiß beiden autos welche ich davon nenne das habe ich auch schon da jungen johnny hat heute eine maske auf weil er so aussehen will wie seine mutter man kann direkt schon wechseln zu ziehen mal irgendwo das war das schlechteste was wir das sehen können ich hätte ein schnelleres nehmen sollen oh das rutscht aber hier das war schlecht jetzt ein kerr uuuuuh 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 ich wusste nicht dass man das machen soll aber ich hab das hingekriegt alter wie weit soll ich da hin ich bin jungen ich hab gas boah ich kann doch so ne kacke nicht ja nein ich bin tot ich hab mich schön im boden reingeräumt sehr schön boah was ist denn das das dürfte wir gerne machen nochmal ja ja das auto rutscht auf dem dach wirklich wie ein oh 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 schau so voll auf dem alter also Stuntrennen wir ja überhaupt nicht ne ist geil vor allem bei dem Wetter hier ja man Stuntrennen ist eigentlich für geil aber nicht mit dem ja 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 sonntag bei dem Wetter fahren das könnte spartig werden mhh joss Hatten wir ja schon mal. Ist da gerade einer umgedreht? Ja, ich weiß das nicht. Bei der Links bin ich rausgesprungen und dann hat er sich übelst weggerutscht. Ach jetzt. War das jetzt ein Wallride da an der Stelle? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich glaube man hätte es machen können. Ist einer, ist einer. Ja, ja, ist schon. Guck mal, Schnagel sagt, ne ne ist nicht. Aber macht selber dann Wallride. Ich dachte du redest von einer Kurve davor. Da war es auch. Ach das hier? Ich habe die Wand gar nicht gesehen. Ich habe das schlechteste Auto genommen gerade. Das schlechteste habe ich. Nein, du hast mich gerade im Wohlt, Junge. Was? Ich bin 24. Was ist das? So, einer haben wir auf Start auf den Kaden gewohlt. Ja, in anderen Fallen gelangt aber. Wir haben nicht auf Endgeschwindigkeit, die graben alle. Du kannst vergessen und auch Beschleunigung. Wir haben einer auch gerade hier. Ich weiß nicht warum. Wieso werde ich hier überholt, oder? Komm, ich darf das nicht wieder verkacken hier. Scheiße! Ich glaube, es war Selbstmord sehr schön. Das war einfach nicht mein Gewiss. Ich glaube, du kannst schon mit uns reden, ne? Muskelsetzt runter. Okay, ich bin immer in 8 da. Scheiße, ich bin nicht der schlechteste. Ja, okay. Du darfst bremsen an der Stelle ist echt räudig. Komm schon, gib mir noch ein paar Blitze. Was hast du denn? Geht hier auch. Oh nein, nein. Oh mein Gott, ich habe es richtig verkackt, Alter. Naja, das mit dem Wal-Ride in der Kur ist jetzt auch nicht so geil, ne? Man merkt, dass wir eine Voll-Lobby haben, oder? Eine halbe Spiele-Lade. Der ist sehr unsniss gebaut. Scheiße, Mann. Wer ist denn das da? Ja. Ist das Gianni da vorne? Kann ich den noch kriegen? Ich bin auf 6. Dann kann ich dich ja vielleicht noch kriegen. Das ist ja ein bisschen geiler fahren irgendwie. Vielleicht höre ich das noch. Ich habe geschwankt, zwischen den GTO und den Nobi. Ich habe geschwankt, zwischen den Nobi. Habe ich zu spät entschieden, kam nicht mehr rechtzeitig hin und dann war er vorbei. Das habe ich mit der Benji. Am besten mal schon mal einen einloggen. Also ich habe die Strecke gesehen und wusste sofort, dass es der GTO wird. Ich hätte den anderen nur DT nehmen sollen, oder so. Ich hätte den anderen nur DT nehmen sollen, oder so. Ich hätte einfach den Jobe nehmen sollen. Scheiße, Mann. Ja. Aber ich will den schneller gewesen. Ja. Warum das ist eine Strecke? Die ist so einfach. Ich habe viel weiter vorne. Ich habe schon so eine Scheißwelle. Oh mein Gott. Gianni, wo bist du? Bist du immer noch vor mir? Ich bin immer noch auf 6. Jetzt 5, 6. Warum sehe ich dich nicht mehr? Warum bist du so schnell weggekommen? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob du mich eben gesehen hast. Da war ja noch einer zwischen uns. Ich habe zwei gesehen. Dich und den anderen. Den einen habe ich jetzt überholt. Aber du bist so schnell weggekommen. Das ist irgendwie weg. Also GTO war sofort klar. Und als es dann zur Stuntstrecke wurde, war es noch klarer. Weil GTO kriegt in den Röhren Speedwust. Der wird gewustet in den Röhren. Genauso wie der Krieger. Deswegen ist bei Stuntrennen so Krieger. Ja, merke ich auch gerade, wenn ihr den Dings... Ja, ich habe verkehlt. Na ja, gut. Reine Punkte. In diesem Ende. Fängt schon mal gut an. Also, das erste Rennen ist... Ich brauche den anderen Stelle. Gut, ich setze nicht auf Henker. Wo ist der denn? Ja. Damit könnte er aber noch ins Ziel kommen, ne? Aber ich glaube, ab 11. Platz gibt es nur einen Punkt, kann er sein? Ach ne, wir sind ja 30 Punkte. Das ist die 30 Punkte, ja. Stimmt. Wer hat sogar noch 15 Punkte mit Pech. Ja. Ich bin der einzige, der gewettet hat? Boah. Ich bin der einzige, der gewettet hat? Ich bin der einzige, der gewettet hat. Boah. Ach ne, doch nicht. Ne, Jerry hat auch gehört. Jerry. Na, die 2000 sind weg. Das habe ich. Minus 2000, alter. Das ist, als ob ich gerade hier im echten Leben 2 Cent wegschmeißen würde bei mir. Das ist unten. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so treffen würde. Tokio ist nicht mal losgefahren. Der hätt schon direkt aufgegeben. Perfekt. Ich würde eigentlich auch gar nicht fahren brauchen, oder? Aber bei der Strecke würde ich unten überstehen bleiben. Im letzten Rennen, also in der letzten Runde hatte ich nochmal einen kleinen Fahrfehler, beziehungsweise nicht Fahrfehler, sondern einen kleinen Crash. Ausgerechnet Renew gewinnt das jetzt hier. Stunthalten kann ich ganz gut. Ja, ich auch. Ich glaube, da kommen noch ein oder zwei Stun drin. Ich glaube, ich habe nicht mal den GTO. Den sollte man haben, auf jeden Fall. Ja, ich habe den auch. GTO ist Pflicht. Au, auf 20. Naja, ich bin noch auf 6, alles gut. Alter, von 2 auf 14 gerufen. Durch die 12 Jobs heute übrigens wieder Rekordmöglichkeiten, ne? Na, das ist mir sehr gut an, also. Ja, gut. Nimm mal. Es sind ja immer noch 10 jetzt. Ja, ein nomades Rennen. Endlich. Okay, die Reihenfolge ist scheinbar durcheinander. Supersport, ja. Oh, Supersport nehmen, ja komm, nehmen wir mal Supersport. Dracula was a Stunthracer. Oh, ich glaube, das sieht aus wie eine Emerus Strecke. Ich glaube, der Omagio wird da nicht so richtig. Der Omagio. Oh, Magio. Okay. Okay. Ich guck mal, das ist wieder eine lange Strecke. Aber das regnet halt immer noch, ne? Das ist Halloween, ja? Hm. Was nimmt man denn da? Könnt' ich, könnt' ich vielleicht... Ach, stimmt. Ich nehm doch eh wieder den LM. Was ist los? Ne, Emerus auf Regen? Das macht man. Das macht man. Ja, ich nehm Omagio. Wir können ja mal testen. Test mal. Ich nehm Omagio, du... Ja, du wirst... Kannst du den bitte Omagio nennen? Ich werd Probleme mit Übersteuern und du Untersteuern haben beim Regen. Ne. Das, ähm, werd ich niemals... Dave, hast du gesehen? Da sind zwei Geraden drin. Drei Geraden. Oh. Omagio. Omagio. Also, ich werd mit Übersteuern kämpfen und du wirst mit Untersteuern kämpfen, kann ich jetzt schon sagen. Ja. Hier, wettet mal ein bisschen. Fährst du? Wär das nicht auch ne Interessante mit dem Emerus-Krieger und Omagio? Als Klasse für die Racing League? Ja. Bisschen wenig Fahrzeuge, ne? Fährt man doch eh. Oh, ich steh in der Wand. Oh, ich steh auf dem Berg oder so. Und ich steh mitten in der Wand. Ist das richtig so? Muss das so sein? Ich weiß es nicht. Seh mir. Tough Kontakt aufmacht, ja, ne? Äh, nein. Ich steh mitten in der Wand. Respawn. Ich kann nicht respawn. Wieso? Ah ja, doch jetzt. Ich kann. Boah, das hat aber Ewigkeiten gedauert mit dem Respawn. Ja. Okay, Platz 24. Let's go. Ja, du respawnst selber die ganze Zeit aufm Boden. Ja. Ja. Ich fall durch. Warte, ich hab's geschafft, oben zu spawnen. Ist das fies, Alter. Ja, das ist doch richtig fies. Okay. 28. Nachm Start, ey. Wow, das schieb den Trick mal ab. Boah, gib Gas, Kerre. Wir sind bald vorne gewesen, ne? Und wenn wir rausgeflogen lassen sind. Hä? Ja. Ja. Ja, heute ist glaube ich nicht mein Tag hier. Ich glaub nicht, dass es irgendwie besser ist. Ich muss respawnen. Ist das okay? Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin ja im Fahren. Ich bin ja im Fahren. Loh, okay. Ich bin geradeaus gut. Ah, fuck, Mann. Das hätt ich doch miteinander nehmen sollen, Mann. Sag mal, Losti, hast du nicht grad was gesagt von einer vernünftigen Grenzstrecke? Ja. Ja, ne, aber das wär, das wär mal wirklich gut. Ähm, Omagio, Krieger und... Wenn ich jetzt nur einmal Omagio höre, rast ich aus. Musikklasse musst du Hyper-Supersonic-Klasse nennen. Ja, ey. Oh, wer fliegt denn da? Malibu. Oh, so viele machen einen Fehler. Ich auch. Boah, hier haben sich grad so viele weggemacht, ey. Krieger, Emerus und Wagner. Ja, Wagner hat der Kind schon. Ich soll grad sagen, der Wagner gegen den Trion, Emerus keine Chance. Bei dem Wagner, was? Ich kann jetzt nicht mal wieder schlafen. Das ist glaube ich besser. Der Snuggles ist noch nicht ganz wach. Ich mach ja nicht wieder wieder schlafen. Ich hab mal so in der... Fuck, Alter, Mann. Warum dreht er sich jetzt hier? Nein. Heute ist echt nicht mein Tag schon wieder, oder was? Zusehen auf Blackoffs, konzentriert. Ist das schon aus? Kommt heute Nacht. Heute ab 0 Uhr. 0 Uhr geht los. Für Vorbildsteller, meine ich. Junge, ich hole so viel auf, aber durch diesen Vorsprung, den man da verliert. Nö, für alle. In dem Start ist es so schwierig. Für alle? Für alle. Oh, Magio. Der Krieger wäre es gewesen. Hey, die Klappe. Jaja, hier in den Röhren würde der richtig gut fließen. Ich hoffe, der nächste Kürbis hier noch einsammeln, das bringt mich zu explodieren. Ejo. Ja, genau. Oh, ich falle, ich falle. Ich muss zwei Leute explodieren. Ja, hab ich drei Plätze gekostet bis jetzt. Vier. Ja, perfekt. Ey, die letzten Tunnel habe ich jetzt gar nicht gecheckt, Alter. Da brauchst du einfach nur Gas geben. Der Teorisch sollte die Röhre dich wieder so schieben, dass du gerade rauskommst. Ja, das ist meistens so bei den Röhren. Da fliegen sie wieder alle den Abhang runter, geil. Ich seh's. Oh mein Gott, Alter. Also ich hab mich jetzt vom allerletzten, vom 29. Platz oder vom vorletzten, hab ich mich jetzt auf den Sipfen aktuell vorgelegt. Oh Gott, das heißt, du bist hinter mir? Verzieh dich. Ich bin direkt hinter dir, ich guck dir gerade schön nochmal an. Also ich hab mich richtig krass vorgekämpft, das ist crazy. LM war auch wieder kacke. Mach mal driver of the day irgendwie Umfrage oder so. Okay. Und schon wieder. Oh Gott, scheiße. Allergleichen stelle ich schon wieder mal. Oh, faulst du, Alter, du nirgst ja alles mit. Ja, ich bin so ein scheiß LM, ne? Richtig Nachteil auf der Geraden. Oh, den fahr ich auch. Also ich komm gut klar mit dem Omagio. Oh Gott. Fuck, Alter. Das regnet gar nicht. Ja, aber die Straße ist trotzdem nass. Wahrscheinlich haben die nur Halloween-Wetter gemacht ohne Regen. Ist irgendwie eingestellt, dass die Strecke nass ist. Kannst du doch einstellen, wenn jemand alles täuscht. Ja, du kannst einstellen, wenn du zum Gassenleger schon festgestellt kannst. Scheiße, keine Chance, es ging immer los. Naja. 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 Klar, aber ich hab wirklich gedacht, das wär ne normale Rennstrecke. Ich wusste es auch nicht. Ja. Ist halt so. Hey Johnny, du bist doch safe, du. Ich bin auf 3, ja. Ja, jetzt bin ich auf 3. Ja, jetzt bin ich auf 3. Aber der ist, der ist so langsam. Och, jetzt hängt der hier fest. Nein, ich falle wieder. Ja, jetzt komm ich hier gar nicht. Nein, ich falle wieder. Ja, jetzt komm ich hier gar nicht. Nein, ich falle komplett runter. Oh fuck. Scheiß LM, Alter. Mein Gott. Nein, respawn der hat 100 Jahre. 15. Nein. Ich bin jetzt 16. Alter. Geil. Von 3 auf 16. Alter. Ah, so ging es mir vorhin auch. Ey, das ist so krass. Scheiße, Alter. Boah, Alter, das war knapp. Oh, bin ich in der Forstsucht. Ich war in der Forstsucht. Ja, der Forst natürlich. Kacke ey, ich muss doch wenigstens in Top 10 rein. Wasch hinter dem einen Sprung, ey. Alter, Forst du dich hast ja übelst erwischt. Ja. Wie der Kante hingefieben? Renu-Kante oder auch? Nee, ich bin die Röhre runtergefallen. Rückwärts. Ach, Mann ey. Hör folgen. Oh, das gibt nichts mehr. Komm schon. Zwei Plätze muss ich noch gut machen. Kann ich auch schaffen. Hallo scheiße, Alter. Ja. Warum nicht? Oh, da schleudere ich erstmal durch den Busch. Fuck. Hey, ihr beiden nach vorne. Wartet mal kurz. Nope. 10 und 11. Nope. Alter, ich hole richtig krass auf Marlon auf. Aber es reicht nicht mehr in dem kurzen Stück. Ich habe gerade innerhalb von, ich glaube vier Kurven oder sowas, drei Sekunden aufgeholt. Ich wollte gerade sagen, wie hast du jetzt dich wieder aufgeholt? Weil ich einfach besser fahre, Junge. Ich wurde halt einfach nur sabotiert. Ja, wurden ja viele. Ja, ich bin vom 29. gestartet, Junge. Ey, au, hol nicht rum. Ja, ich bin Zweiter und du? Hm, hm? Peter! Da hat er es nur auf den Zweiten geschafft, ich kotze. Das ist crazy, wa? Komm, ich muss das jetzt schaffen hier in der Röhre. Ich darf nicht wieder reinscheißen. Ach nee, die ist das auch gar nicht. Alter, ich bin zwei Sekunden, zweieinhalb Sekunden war ich jetzt hinter dir. Eine Runde und ich hätte dich gehabt. Krass. Aber sowas von, Alter. Wo kommt jetzt der der beste Aether? Alter. Ach, der schneller hat sich gleich. Es ging leider nicht schneller. Das war doch zu belastend, da der Start. Überleg mal fünf Sekunden pro Runde schneller ist. Ja, du bist auch fünf Sekunden pro Runde schneller in der besten Runde. Meine ich, ja. Krass, Alter. Ja? Wie gesagt, ich bin verheiratet mit dem Ammarus. Oh, Gott. Ich krieg's halt auch. Das ist halt... Komm, ziehen, Mann! Ja, oh Gott! Oh nein! Ja! Mann, einen Meter noch gefehlt. Oh, Alter, noch einen Zehnten. Ach, fuck, ey. Stark. Katastrophe, ey. Jack. Nein, nur auf 13, Alter. Zweitbeste Zeit, oder was? Geil. LLM. LL. Nein. 2,38, ja. Stark. Ja. Let's win, aber gut. Johnny, hast du ein Glück, Alter. Scheiße. 16 sind da noch. 16. Scheiße, Alter. Johnny! Ist mir ein gutes Gefühl, dich mal unter mir in der Liste zu... Glaube ich dir, ja. Ich bin in der Röhre, genauso hinter Faust. Am Start war halt noch mies, weil ich zu spät aufs Respawn gedrückt habe und dann bin ich nochmal unten gespawnt, weil andere gerade gespawnt sind. Ja, das starb da behindert. Das Ding ist, bei mir hat das Respawn, das ist echt nicht, ähm... Gewollt. Ich wollte nicht. Bei mir auch nicht. Ich musste erst mal runterfahren, dann ging's. Ja. Ich hing mit einer scheiß Wand drinnen. Ja. Das war für natürlich. Das hat gefünscht. Also die Strecke an sich ist geil, aber nicht für so viele Leute ausgelegt. Ohne Kontaktsregal. Ja, aber... Nee, es geht darum, dass beim Spawnen... Beim Spawn sind hoffentlich Leute unter dem Boden gespawnt. Ja, ja. Zum Glück ist es hier nicht wie bei anderen Maps. Bei anderen Maps passiert es ganz gerne, dass wenn du respawnst und unter der Map bleibst. Oh, jetzt fehlen mir schon 20 Punkte, ey. Das tut weh. Ich komm wenigstens langsam... 30 Punkte rot. 30 Punkte rot. Wurschen, da gilt's. Ah, ich bin auch gerade drei, viermal aushalt. Ich stehe jetzt weiter oben, okay. Ja. Spooky. 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 Ja, Snipern kann ich auch nicht. Spooky. Panzer rumkaufen, sehr wichtig. Und das ist der Moment, wo ich von Renny und Johnny gleich wieder Hedgehog stresse. Ah, ich bin nicht so gut im Snipen. Ich glaub, ich wollt grad sagen, ich glaub beim Snipen gibt's bessere. Ja. Jetzt kommt Johnny, wir machen beide mit 30, geht's vor. Ich hab bei mir Marky... So, Blacky, Alter. Blacky ist gar nicht im Chat, ne? Wir haben vier Teams, Alter. Und wir haben Dirty Daisy, das bestimmt so ein... Oh, Blacky kann doch nicht snipen. Dirty Daisy ist... Ich hoffe, du kannst snipen, ansonsten, ne? Und die ist gut im Snipen. Äh, nur... Sonst mal reden wir mit deinem Tool-Liedern mal ganz kurz. Dann, ja, hast du gehört? Was denn? Ich hab's gesagt, Dirty Daisy ist ein Vibe und die kann gut snipen. Jetzt hab ich mir fast gedacht, dass das so ein Try-Art ist. Ja, die hat auch ein Helm oder so. So, wo sind die Gäber? Sind die da oben? Ne, doch, da oben sind die. Du... Genau, Quill. Jaau. Mal die Buche. Ach, du bist ja instant down. Stimmt. Henker, Junge. Komm her. Woah! Woah! Ich hab Headshot kassiert. Ja. Nein! Fuck. Ey, mein Team muss was reißen, ey. Aber die bewegen sich gut. Ich glaub, die haben was drauf. Let's go. Mein Team... Ich hab auch wieder vor ein paar Gold. ...macht sich, glaub ich, ganz gut. Die packen das. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ah, ne, die Scheiße. Das ist ja auch bei uns. F2 gegen 2, komm! Leon! Dirty Daisy ist immer noch drauf, das geht ab. Daisy macht das. Oh, sch... Ist das nett, wenn ihr weg? Ja, ist nett. Er ist zwei Runden. Zum Sieg. Fisch mit der Ego respektieren, wenn ihr die passiert. Daisy macht das. Komm, 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 Leon. Mach keinen Scheiß. Auf geht's, Daisy. Komm schon. Nee, Daisy. Ey, du hast doch geahnt, dass mein Team gut ist. Ja, das war das Schlechtste. Ja, ich hab Dings nicht bekommen, der hab ich dann noch weggeholt. Mk, Mk. Ja. 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 Das Mieseste dabei. Wenn ich nicht dabei bewege, sondern auch zerträgt. Mhm. Ja, genau, Johnny. Nein. Nein, da kriegt ein... Natürlich. Ich hab ein Colette gemacht. Ja. Ja. Ach, darfst du. Ich kann nicht snipen. Ich kann nicht snipen. Ja. Äh. Was? Ein Kill vom Team hier oder was? Irgendwie gehen gefühlt alle auf das Team von mir. Mann, Digga. Ja, irgendwie. Verlebt noch. Chili, Tokio, oder was? Selbst beschließen. Nein! Ich wusste es, dass die Kita mich holen wird. Fuck. Egal, ich hab zwei geholt. Das ist ganz gut, glaub ich. Ist mein Team noch auf dem Start? Ja, mein Team regelt das. Das ist ja gar nicht meins. Nein! Das ist ja gar nicht meins. Das ist mein Team. Fuck. Mein Team regelt das. Ja, aber das wird im Blau angezeigt. Ich dachte, das wäre meine Leute. Ja, guck mal, die regelt das. Ja, guck mal, die regelt das. Mann, die regelt das. Ach nö. Mk, 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 Mk. Mk. Gefällt mir nicht. Nochmal so. Matti, du Schwein. 4 Kills, oder was? Chiri auch. Die Mk's. Ich hab den eigentlich einen Kill gemacht noch. Mk's. Oben Lobby Fighters. Weißt du doch. Richtige Trials. Ja, wir fighten auf der Street, deswegen Street mag ich. Was? Haben wir da früher wirklich Wacke mit Tobi, ne? Wir haben immer Stand Your Ground gemacht. Ja, ja, das war sehr cool. Komm, letzte Runde jetzt. Vielleicht. Vielleicht gewinnt ihr noch ein anderes Team. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da ist doch das pinke Outfit entstanden. Ja, ja, ja. Die Power bei der Helm. Das war eine geile Zeit, Alter. Voll zusammen. Ddoer Rind. Das glaube ich anders. Der ist sauer. Aber das ist auch ein Team. Oh, du bist finishing Untertitel. Ok, du bist der Team, ups Squid ist da? ich meine ich kann mich ja nicht hören es ist doch man hätte jetzt auf den news team gehen müssen und meine leute haben glaube ich aber auch die vorachter geschossen habe ich gemerkt ich bin ich hinter leute das geht doch gar nicht ich würde sagen da dreht nikita jetzt wieder frei ist jetzt alles auf nikita am anfang dreht wieder motorräder und man kann gar nicht wetten das ist ja schon motorrad ja ist doch schon wieder wer denkt sich nein aber man hört schon geräusch es gibt allerdings fahrzeugwechsel zwischendurch aber am anfang ist jeder motorrad ja die map kennen wir doch die haben wir doch schon mit gas kann sein ja warum habe ich ein scheiß schneeball ja okay ich würde gerne noch was zu schießen ja auch immer das war ja auch die kita natürlich klar ja das war dämlich da hinter mir zu fahren scheiße ich hau dich ich fahre die ganze zeit hier durch die gegend ich krieg keine ab lol ok die raketen im wheelie abschließend ach was schweiz das hast du nicht echt gemacht oder ja unbewollt ich wacke viel zu viel mit raketen hier oder einfach viel zu viele spieler das ist einfach motorrad was mit dem motorrad ist scheiße weil du zwischen die raketen durchfahren kannst das ist total dämlich weil die schacke kann es also meine mission hier ist eigentlich überleben weil ich krieg ja eh keine raketen komm 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 ich sammle raketen ja in Ordnung ah mal die woher ja du kriegst direkt absolut keine raketen ab du kriegst direkt absolut keine raketen ab du kriegst direkt absolut keine raketen ab du kriegst keinen einzigen ja ja Matti macht auch Matrix nein komm ja ok Fausto Matti tut es auch ich werde permanent geholt ja ja war von Fahrzeug weg zu zwischendurch sich gar nicht wahrscheinlich in den letzten 4 Sekunden oder so es dauert wieder 3 da hinsicht ja bei einem der weiter wilde spreads existed bevor jetzt da sind gar geen bertheinen aber mit ja okay man also eben hast du keine bekommen weil die vergriffen waren jetzt fahr ich durch raketen krieg die ganze keine ich hab doch eingesammelt ich krieg die kann man der johnny ja schön ganz blöder springen die spawns sind Danke! Ich bin... Oh nein! Danke! Oh Junge da war eine komische Bank vor meinen Raketen, deswegen konnte ich den Geld. Was ist das denn? Ja! Alter! Ich bin zufrieden von der Wartier! Hä ich sammle doch auf! Nein! Ja Sam! Das geht's! Komm gib mir eine Rakete! Hallo! Oh Gott! Kommt das gerne mal! Irgendeine Rakete jetzt! Mann! Scheiße! Krieg keine! Johnny! Oh nein Johnny! What the fuck? Das ist sehr knapp! Punkt gleich! Mein Spawn ist immer so unglücklich, Alter! Oh! Wieder keine Rakete! Äh... Man kriegt auch keinen! Ganz selten! Du warst so viele Leute auch nicht! Hallo! Voll Waffen! Alter! Ach geil! Sehr schön! Oh, der Autos wird schon zu uns liegen gerettet! Genau! Da dreht sich die Kette! Sehr schön! Nur mal ein Überschlag hier! Mann! Nimm doch eine Rakete auf jetzt! Ja, danke! Ey! Ich bin so weit hinten! Wie viel hab ich noch? Ich hab mich überflagen! Unglücklich! Ah, du Sau! Ja! Wer weit hinten rum hat! Ah! Meine Fresse! Ich darf dich nicht Lewis mehr fest! Ich glaub ich nicht Respect! Charlie, du Dreckiger! Ich krieg's in die Rakete da. Nein! Nein, was für Lack, Alter, ich bin verschlägt. Was ist denn hier für ein Knöppel, an dem man nicht durchfahren kann? Ja, voll schnell. Boah, voll dankbar, danke. Danke, ich fahr so anbremst. Ich bin da durchgefahren. Nein, normal, ich bin da. Ach, Junge. Ah, wo kommt der denn jetzt her? Ja, okay. Und, du, wir werden keine Klinik. Nein. Nein, voll. Wo kamen die Raketen? Also das Schlimmste, was ich an der Map immer finde, ist, dass man keine Raketen, also das Durchfahren kann, die Ziele. Ja, das glaube ich auch gut. Nein, hör raus. Ja, jetzt glaube ich gerade nur noch. Ja, komm, Adlon, alle Raketen. Ey, ich fahr doch drin. Ey, ich fahr durch. Ich hab wieder dreimal Raketen aufgesammelt und keiner bekommen, jetzt hintereinander. Ja. Ja. Meine Fresse. Komm schon, ich bin auf Überholkurs jetzt. Wir werden hier permanent gesnackert, oder? Johnny, wie ist es überhaupt möglich? Nein. Hab den Rest gerade ewig nicht verstanden. Wie ist es jedes Mal möglich, dass du mich immer... Ach so. Ja. Hi, Johnny. Hi. Lösti! Boah, Alter. Ey, die Leute sind... Ja, danke schön. Mal on. Ja. Sehr schön. Das hat... Das ist wiedergewichsert. Ja, ja. Nein, du Wichser. Nein. Nein. Schmutz. Nein, ich fahr doch noch voll rein, ey. Ich vollidiot. Komm, 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 komm. Bist du nicht gestorben, Etty? Tote Frage. Ja, genau. Nein, ich fahr voll rein. Ich seh die Raketen von Johnny und fahr voll rein. Ja, wo machst du das denn? Wiss ich nicht. Ja. Boah. Johnny, schlimm, schlimm. Boah, hab ich den mitgenommen? Geil. Boah, Alter, das war ein Gehackel. Hä, von wo? Oh mein Gott, ich bin irgendwie verbuggt. Scheiße. Eine Minute noch, fuck. Das ist zu knapp, das schaffe ich nicht mehr. Nein. Ach, boah, sie. Nein, Mann. Der hat Johnny, hätte er. Komm, ich muss noch ein bisschen was reißen jetzt hier. Hä, ich war noch im Spawnen, Johnny. Was willst du von mir, du Hacker? Ich schieß doch auch einfach nur drauf los, ich seh niemanden. Ich brenne. Dankeschön. Gut, Johnny, weg jetzt da. Malon. Oh, ha. Oh, so. Ach. Was, Malon? Ich war noch im Spawnschutz. Ja, das ist voll unfair. Ja. Das war gut dann, ich hätte nämlich... Semko, Junge, macht dich aus dem Staub. Hab ich dir geholfen? Ja. Ich war am Brennen. Das ist gut. Tschüss Gott. Junge, also 240 Punkte sind nicht viel zu wenig. Und so weiter. Fuck, Mann. Nee, nee, da geht nix mehr. Nein. Nichts, da geht mehr. Nein. Nein. Sechster, immerhin mal. Zwölfter. Zwölfter, 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 zwölfter. Siebenster Flasch ist doch mal gut, oder? Ey, ich hab noch raus ein bisschen was gemacht. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen, ey. Am Ende hat's richtig reingeschallert, mit den Kills. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ein paar Leute hab ich sogar getroffen, aber die haben irgendwie den Tod nicht bekommen. Boah, ich bin so oft durch Raketen gefahren, ohne dass ich sie bekommen hab. Ultra nervig. Ja. Ja, das war typisch. Boah, ich war nur 30 Punkte vom zweiten entfernt. Oh mein Gott. Jetzt wenigstens wieder auf sieben. Boah, von fünf auf acht. Oh, jetzt bin ich wieder acht, sag mal was. Von 17 auf 20. Also ich hab irgendwie das Gefühl, dass man auf Schnagelzettel wird. Jesse hab ich schon mal. Schnagelz, bester Mann, ne? Gelände. Äh, Fosu? Ja. Face to face? Nee, Mega-Ramp. Mega-Ramp. Nee. Mega-Ramp. Mega-Ramp. Lol, guck mal, die ist von Nuki. Die ist von dem, den ich in der FL hab, von den polnischen MKs. Koyot-Oni. Oh ja. Hätte sie ihn nur noch so weit. Von dem polnischen MK. Ja, ja, wir spielen mit den Leuten, das ist eine polnische Monkey-Crew. Race-Monkeys oder sowas nennen die sich. Wir haben jetzt schon ein paar Mal mit denen Listen gespielt. Und die spielen halt immer ihre eigenen Jobs, deswegen. Okay. Witzig. Also praktisch eine polnische Vertretung. Ja, Kontakt? Da würd ich sagen. Warum Kontakt? Kontakt. Das ist ne Mega-Ramp, da machst du keinen Kontakt an, Alter. Doch, da muss Kontakt. Nein, Junge, bitte nicht. Tu mir das nicht wieder an. Also was denn? Kein Kontakt? Kein Kontakt, Junge. Aber ohne ist doch langweilig. Ohne ist doch langweilig. Nee, ohne ist nicht langweilig. Das ist schon schwierig. Ah, stimmt aber. Heute ist Halloween, das ist ja nicht Kontakt. Mach Halloween. Ich raff gar nichts. Lasst doch einfach jetzt n... Ihr kriegt das schon hin. Vertrau auf euch. Absolut nicht. Bin mir ganz sicher. Warum wir rennen irgendwie drei Teufel durch die Gegend? Nicht nur drei. Da laufen mehr als drei Teufel. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Hülter. Soll ich auf Renew wetten? Ich weiß nicht. Nein, die ganzen... Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Zwölf Leute auf jeden Fall. Ach so, die Teufel. Ja, läuft. Ich denke, irgendwer wird abgespüren. Ich denke mal, irgendwer geht raus. Na, warte ab. Warten. Kann auch sein, dass Liste die Surfsmobilen schocken. Noch zu viele Leute für die Strecke. Kontroller bewegen. Zu viele Leute für die Liste. BMX. Das ist genau wie der Respawner. Das hat doch einer verlassen. Das hat doch einer verlassen zum BMX. 53. Schon mal nicht da hinzugehen. Wer ist denn Dittl? Äh, VTV sind jetzt die Strecke gefahren in der Halloween Strecke mit Fahrrad. Das ist doch geil. Ja, ist doch geil. Weiß auch heute? Ha. Aber... Nicht die in der Strecke ist... Von Roxa erstellt die Strecke und dann... Ja. Verwegt euer Controller. Verwegt euer Controller. Ne, er ist nächste Woche. Bisschen Randale. 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 Ja. 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 Warum bin ich so langsam? Banana. Ja. Banana. Was denn dann? Ey, der überholt mich im Fallen. Ey, der überholt mich im Fallen. Ja, Banana. Ja, was. Ich bin jetzt im Fallen. Danke. Danke. Überholen. Perfekt. Danke fürs Team, Jungs. Aber... Die Ladezeiten sind ehrenlos. Ja, die sind echt ehrenlos. Aber das ist in die Firma von Rockstar. Komm, 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 komm. Ja, meine Verbindung. Meine Verbindung ist weg. Oh nein. Oh, Matti, warum fixst du mich? Oh, Matti, warum fixst du mich? Oh, Matti, warum fixst du mich? Oh, ich falle! Ich bin auf den Füßen gelandet, girl. Du, Körperboosten? Komm. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Es ist doch face-to-face, he? Ja. Ja. Ich fall runter, Mann. Hilfe! Was? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie ist vorne? Wie ist vorne? Wie ist vorne das Tod? Wie ist vorne das Tod? Ganz einfach. Wenn ich mit Gas gehen muss, ich war mit ein bisschen Eisert, aber was? Ich hab mich vor meiner Ecke. Oh, Mann. Ich hab mich vor meiner Ecke an. Wenn du stehst im Weg. Ja, im Gegenverkehr wird es leider unsicher sein. Leute! Ich muss noch gar nicht hin, Alter. Nur sobald du... Mann, ey! Lass mich durch, ey, du! Leute! Ey! Ja, irgendwie musste ich ja durchkommen. Ja, du hättest sich vorbei oder recht. Boah, fuck, ich fall hin! Ja, ey! Och, Alter! Leute! Jetzt aber, hoppa! Boah! Ich kann immer die Rampen hier frei lassen. Ich komm nicht runter. Ganz allein auf weiter Flur. Also, ich kenne noch ein schlimmeres Rennen. Alter, 2 in 1 sind sonst wo, oder? Ich komm mit dem... Ich komm mit dem Ding nicht auf, ne? Ich auch nicht. Hey! Nein, nein, nein! Ja! Nächste weg! Nächste weg! Nächste weg! Komm, komm, komm! Ich bin zweiter! Das ist ein erster! Also runter zu... Runter zu wilder nicht, ne? Runter zu wilder oder nicht! Mach die denn da vor der Rampe! Komm, komm, komm! Also, kriegt es irgendjemand hin, einfach so auf der Rampe zu landen... Nein! Ihr Wichser hätte mich runtergeschmissen! Sehr schön! Ja! Alter! Das höre ich gerne! Nein! Überfall! Halte euch aber recht, dann geht das doch! Fahrt auf dich! Immer! Malibu! Oh nein, jetzt kommen da schon die nächsten runter! Fuck! Rechts halten! Rechts frei! Oh! Ich hab keine Chance! Bitte! 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 Ich kann da nicht aufkommen! Wie geht denn das? Danke! Du hast noch mal erklärt, wie das geht! Moin! Jetzt muss ich mal dritter! Also kann es irgendeiner erklären, wie man da aufkommt? Weil ich hab keine Chance! Ich komm da nicht auf! Wie auf? Wo denn? Ja, ich... Wenn ich nach unten hinzufahre, auf der Rampe lande... Der verpackt sich sofort und knallt einfach weg! Das hatte ich nicht das Problem! Wer ist erster? Hanky? Ja, ey! Vor dir! Ach, Digga! Hanky! 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 Danke, Walter! Ey, Digga! Das ist doch so lächerlich! Nein! Jetzt weiß ich, was du meidest! Jetzt hab ich das auch gerade! Nein, 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 nein! Ich komm nicht runter! Ja, ich hab's doch! Ich komm nicht runter! Ja, ich hab's doch! Dein Ernst! Was war das für ein Lucky-Hit? Ich hab's einmal geschafft! Ohne Verpacken! Perfekt! Das war's im drinnen, also! Echt? Was ist jetzt? Ja, ich hab's jetzt! Ich hab's jetzt! Ja, ich hab's jetzt! Ich hab's jetzt! Rechts halten, bitte! Rechts! Was macht ihr denn hier? Danke! Von drei auf neun! Komm, 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 komm! Von zwei auf jeden Fall! Was war dann? Danke! Danke! Verpist dich! Super tust! Dritter! Ich war zweiter Mann! Also ohne Kontakt wäre es aber auch langweilig gewesen, Dori! Ach, Dekka! Leon, dein Arsch gehört ja zu mir zum Scheiß, glaub ich, im Platz sicher! Das war's ja, was langweilig gewesen ist! Teilweise hängst du ja auch oben fest! Nein, ich fahr wieder runter! Sehr schön! Matti, verpiss dich! Ich mach doch gar nix! Das hat mich wieder jemand noch holt! Ich wollte einmal hier vorbei wegen dem Turbo! Oh nein! Das ist die ewige Ladezeit! Oh, Henker beruhlt mich auch noch! Nein! Ja! Rechts vorne und rechts! Ich fahr hängen! Nein! Dann sind sie auch mal alle geschickt, aber! Joa, hängel 20! Sorry, es kommt nichts machen! Nein, ich fall wieder runter! Fuck! 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 Der Ladesfüll zum Todes! Jetzt bin ich nur noch sechster! Fuck! Ich war erster mit dem übelsten Vorsprung! Ich war zweiter! Und jetzt hängel im Ladebeck zum Ladebeck! Da kommt der Nächster runtergeflogen! Fünfter! Fünfter! Faust, wie kannst du ein Sechster sein? Fünfter bin! Oh, warum?! Oh, ich hab's geschafft, darüber zu kommen! Oh Gott, ich bin zweiter! Er leckt mich doch mal am Arsch hier! Komm, du fahr, 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 fahr! Was stehst du denn hier auf der Auffe rum? Ja, ich muss ja ein bisschen euch unter Druck setzen, ne? Was ist das jetzt hier?! Was ist das jetzt hier?! Was ist das jetzt hier?! Malibu holen wir uns noch! Nein, das wird nicht mehr! Wir sehen uns mal den ersten Platz! Der ist ohne fest, du fährst erst abfuck gewesen, Alter! Ach Henke! Ey, zwei bin ich da hängen die ganze Zeit, man! Wer ist das erste Malibu? Ich auch! Musst doch deinen Namen nicht alle Ehre machen! Tokio! Ja, perfekt! Samco! Und fangen wir das noch mal an! Und danke! Das Gewinnschatten! Ja, Gewinnschatten! Schönen 15. Wiedermann! Hä, was, bin ich jetzt Dritter oder was?! Ich bin vom 11. auf 12! Oh, wer springt noch, Mann? Ich fahr wieder runter, tschüss! Ja, sorry, Fausto! Ich hab mich verirgelt! Ich hab mich verirgelt! Hinten gecrashed! Alles gut! Ey, Mann! Jetzt häng ich hier um! Komm nicht runter, oder? Komm, bitte lass mich jetzt hier einfach durchkommen! Lass mich hier jetzt einfach durchkommen! Ich wär einfach nur heile hier hoch! Oh, ich hab's geschafft, schon hochzukommen! 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 15. Mann! Komm, wie glas, wer ist das da vorne? Marlon! Oh, scheiße! Leck mich schon mal am Arsch, hier! Henker, komm, wir boosten uns! Ja! Vorsicht, da müssen wir bremsen! Die Strecke ist ja für mich für so viele gemacht! Oh, komm schon! Nee! Ja, aber auch das hängen! Du bleibst da oben auf einmal hängen, ohne... Wirf gestoppt, dann kommt's auf den Boost und dann hängt's auf einmal! Oh, Chili! 15. Junge, ey! Oh, Gott, ey! Ich hab mich an diesen Scheiß-Kürbissen aufgehängt, das kann doch nicht sein! Oh, ey! Boah! Rechts fahren, bitte! Danke! Ey, der quetscht mich da durch, Alter! Das gibt's doch gar nicht! Fall runter! Ich glaub, dass wir jetzt, äh... Übelst wie es kommt! Der wird von Haas auf der Strecke! Komm schon, gib mir jetzt ein bisschen Lack hier! Ganz jetzt weiter! Vorsichtig, komm, runter flogen! Danke! Oh mein Gott, ey! Ey, ich fahr so vorsichtig, wie es geht und es klappt trotzdem nicht, weil er sich einfach verbangt! Oh, komm! Das ist einfach eine Ausgeburte Hölle! Danke, danke! Komm, 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 komm! Das muss jetzt klappen, das muss jetzt klappen, das muss jetzt klappen! Der Monster Trucker bleibt trotzdem überall! Wenn ihr nicht die Bremsen haben wollt, fahrt weiter rechts, dann kommt ihr, äh... Ja, die Garten! Nein, ich fahr runter! Oh mein Gott, nicht jetzt! Ey, das ist die letzte gerade gewesen! Mann! Aua! Äh! Sorry! Hier komm ich... Hier bin ich schon nicht sparen, da! Das ist ja wohl das... Alter, Mann, Obaro, du hättest mir auch bei den ersten Platz gönnen! Keine Chance gehabt, Alter! Nein, bitte nicht! Fall... Boah, Alter! Ey, das reicht halt! Jetzt reicht halt! Dein Köln! Ja! Was? Ja! Ich hab nicht jetzt runde! Ey, ich fahr rückwärts runter, egal! Ach so, ich komm mir lebend runter! Nein, nein, nein! Er dreht sich jetzt! Oh nein! Er hat mich noch überholt, das kann ja nicht wahr sein! Ich hab nicht komplett durchgekommen! Ich hab nicht komplett durchgekommen! Ich häng genau zwischendrin oder was? Aber, Marlon, du hättest mir wirklich mal den ersten Platz gönnen können! Nö! Das wäre denn, glaube ich, das erste Mal, dass ich ordentlich erst Platz geworden wäre! Alter! Ey, leck mich! Oh, was hat mich fast auch geholt! Bitte nicht schreien! Leck mich! Fucky! Alter, du bist du sporn! 30 Jahre! Ich hab nen Top Ten noch bekommen, ey! Scheiß! Ich weiß nicht, wie ich noch nen Scheiß Top Ten bekommen hab, Alter! Ich schaff diesmal nicht mal! 19er! Leck mich dran! Ey, Marlon ist jetzt einfach erster geworden! Ich war so, ey, ich war so weit vorne! Das gibt's gar nicht! Ja, aber erst um drei! Ich bin schon dreiß, zwei, 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 drei! Was macht denn dieser Osttisch gerade da? Dann war ich kurz dritter und dann sind wir von oben alle runter, haben wir Akku... Nicht blockieren macht der da! Am Arsch! Warum zum Fick? Der rankt einfach in irgendwelche Leute direkt vom Ziel noch rein! Guck, Rude, Deggern! Das ist schon wieder so ne unnötige Aktion, Alter! Das ist doch nicht nett! Ja, das war echt krasslos! Was ist denn, die wir kennen? Was ist denn, die wir kennen? Boah, boah! War zum Glück so richtig! Ja, 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 ja! Dieser Piss hat er, Alter! Ja! 19er! Fick, bescheufe! 15er! Ja, moin! Ich weiß nicht, wie ich noch nen Top Ten Platzierung bekommen habe, Alter! Ich war zweiter! Ich war zweiter! Ja, ey, ich war auch zweiter! Direkt hinter Fosfo und dann... Wenn nicht 10 Mal oder so musste ich respawnen! Ja, das war auch mal! Aber du konntest... Aber du konntest... Aber du konntest... Von oben hättest du sogar die Trecke ein bisschen austricksen können, hab ich gemerkt. Aber zum Schluss, naja! Wenn du von oben ohne die Bremse zu haben willst, fährst du weiter rechts und dann hast du runterflogen! Ich hab's auch ganz... Ganz beim letzten hab ich's gemacht und hab dadurch noch euch beide... also zwei Leute oder sowas überholt! Naja... Aber trotzdem, ey! Trotzdem hängst du auf einmal und fliegst runter und bleibst hängen! Marlon, 50 Punkte vor den Sprung, Alter! Äh... Leck mich aber mal! Das ist aber viel! Ich muss mal gucken, ob Marlon nicht vielleicht sogar die Season gewinnen kann, der war doch auch ziemlich weit vorne, ne? Ich kann sie noch gewinnen! Ich war 45 Punkte nur hinter dir! Was?! Ja! Ich kann die Season noch gewinnen! Oh, warte, ich guck jetzt rein, Alter! Warte mal, warte mal, warte mal! Ich guck mal schnell! Ich schalte mal einen Stream rein! Ja, es kommt hin! 45! Ja, ja! Oh mein Gott! Aktuell bist du Season-Sieger! Ich muss das verhindern! Nach so einem Rennen bin ich tatsächlich echt noch, ähm... Das ist schlimm, dass ich weiß, dass der wahrscheinlich noch einen Blender Race drin hat, ne? Das war doch schon ein Blender Race! Ja, aber du hast selbst noch eins drin! Boah, ich weiß gar nicht, ob diese Halloween-Sachen... Keine Ahnung! Kann ich dir nicht garantieren, aber... Wir hatten ja jetzt mindestens eins! Wer labert! Wir werden doch noch sechs und zwölf Leute! Hört ihr, wie er labert, Junge? Innerlich kichert er sich wieder nachvollziehen! Hahaha! Ihr werdet alle doch auch nicht! Nein, ich weiß es wirklich nicht! Ich weiß es wirklich nicht! Ich bin unsicher! Das wäre jetzt für den, der da beiträgt! Ja, 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 ja! Das war doch! In Angola ist das Internet nicht so gut! Tschüss! Zielwechsel! Fausto, Renu! Jain Marci! Hohohoho! Aber das ist ja auch andererseits schlecht, weil dann kann ich die nicht überholen! Na ja, hm! Ja, aber Marlon ist im Gegnerteam! Marlon ist im Gegnerteam! Ah, das ist schonmal gut! Yes, ey! Jani, du bist sogar noch bei mir! Geil! Heiß auf! Nagels drüben! Desi drüben! Du mal! Ich bin sehr zufrieden! Wir müssen immer so viele Endcase sein, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder? Ja! Okay! Wir nehmen Jett up jetzt immer mit! So, jetzt wird's richtig Sponsor wie das hier! Ah, schön! Ich fühle nix! Ja! Na ja, man kann keine Ego! Nein! Fürfen! Fürfen! Lippa! Ja, komm! Er wartet du da, Container wie ne Muschi! Faust du längst jetzt zwei! Ich kann nicht schießen! Ja, ich hab einige mitgenommen! Auf jeden Fall! Waffe wechseln! Dann kannst du wieder schießen! in der rolle du sauer junge schön kipps gemacht jetzt hier das war noch mal schön sehr schön der acht kipps macht gramma ohne zu stellen sie hat wieder den falschen ja bitte wird immer wieder gern ja leute wie schön schön die warten die dreckigen trotzdem ruhig drei sehr schön so muss das sein so läuft die runde ich hab den ich habe den opening bei der gruppe ist die sind 22 22 drei stück habe ich hier geht noch nichts was ist das jetzt auf einem kommen nicht scheiß egal du hast nie verloren malon ach ja die teams finde ich auch sehr wieder unaufgeglichen ja wenn es einmal gekämpft der was so eine miese rolle wo bin ich jetzt gelangt wirklich lang laufen ach zwei in der ecke guck doch da stehen drei leute wow gott der war mies weil ich nachladen muss man nein und dann kriege unterstützung ich kriege hier nichts mehr oder bin ich ja dir was sie kommt kommt und dann hat es ja den richtigen getroffen Den geht man durchlatschen Malibu War nicht der einzige der... Ja fuck man Es war so gut um Jaaa Na klar Ja Boxy, schön an die Wand drin geliehen Aber was war das gerade Hier geht nichts Warum konntest du jetzt kein Einzeldinger haben? Das ist komisch, ja Ach komm, ist jemand da oben Nikita auch noch Boah Schade Ja, ist klar Renju 8 zu 0 Ja, natürlich Ach Jerry Ja Ja Natürlich Ja Ich schieße mit der Kniescheibe, das sind wie eine Kacke Aua Aua Was für eine Kniescheibe ist? Na, ich weiß auch nicht Es ist das Unglück, dass Chevy gerade nach einem Fight direkt gerollt ist Zwei, da, drei Zwei, da, drei Cool Den hab ich Den hab ich auch Nee, die sind auch die Granaten noch umwerfen Alter, wie sie es hier meinten in den Container verstecken Na ja Boah, fuck Hast du Glück, Appau? Naja, der Fight da macht keinen Sinn, weil die sich alle vercampen Malon gehört mir Ja Lass die Ruhe Na 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 Hahahaha Ben Mano Die Map lädt zu sehr zum... Ach, komm, Alter Die Map lädt zu sehr zum Wendecampen ein, Alter Die Map lädt zu sehr zum Wendecampen ein, Alter Nee, ist doch scheiße Ja, Johnny Ich seh... Ich seh... Ah Boah, diese Granaten, ey Jetty, wie bist du da hochgekommen? Boah, die hab ich noch mitgenommen Das hab ich mit Gast herausgefunden Der kommt so Wie? Wird ich den klettern? Er macht die scheiß Rolle nicht, Mann Auf mich warten mal zu viele Leute Malon Ah, Mist Ey Och, Mann Ey Geht aber halt auch nicht an allen Punkten Oh, Müron Oha Was ist denn los? Was war das denn da, wo ich weggespringt, oder was? Boah, da campt einer ganz übel Alter, das ist Korn, ey Ja, natürlich, Henry Ja, ich schieße eigentlich die ganze Zeit auf den Semko, weil der da oben an der Ecke campt Du warst nicht weggeschränkt, ey, aber das warst du Sah aber so aus Nee, nee Ja, also die Leute kriegen meistens dann den Hit von der Pipebompe, aber das Sterben auch nicht Ach komm, Alter Ja Ja, komm Der Kämpfer da irgendwo oben auf der Wand, Alter Ach, scheiße, Blacky Schnall jetzt, du Sau Nehmen wir mal ganz schnell weg Ja, die warten nur, die verstecken sich Ah, Marlon lehnt auch an Boah, ich gar nicht fein, Alter Ja, um dein Leben mal zu regenerieren Ja, okay Kommt um die Ecke ein Nee, das stand die ganze Zeit dahinter Ja Ja, weil ich eigentlich mein Leben regenerieren wollte und dann kamst du um die Ecke Hm, naja Ja, nein, 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 die müssen zu zweiter hintereinander laufen Ich auch, ja Ja, treche Äh Immer wenn ich sterbe, ist es irgendeiner von MTDM Kannst doch nicht sein Zu Recht Ja, genau Ja, muss ich denn nachmachen, Alter Ganz komisches Ding, Alter Ach, diese dreckigen Granaten, Alter Can you win? E-Bond, E-Bond, wir oben Ach, man Das ist Auch von den Nuggles Ja, ich hab's nicht geschehen Nuggles Bei wenigstens noch einen gekriegt Schade Ach, man Mich nervt, dass mir Da warten so viele Leute immer hinterwenden auf mich und kreisen dann Hör doch auf dich anzulehnen, du Pussy Wie der Semko spielt auch so eklig Äh Ach, nee, ein Schuss Warum du versteck dich noch genau so unterwenden, äh Janil Du rennst genauso hin und her, man sieht's doch Mein Gott, das ist nur ein Spiel, da Vorwärtsverlänger Ach, sie nicht Mann, wo spiel vernünftig Ich weiß, du willst einen Schatz nehmen, aber manchmal macht's einfach Ach, komm, das spielt doch jeder aufhör also Ich mach's auch Ja, nur weil die das machen musst du's nicht machen Heute nicht immer so umwegen im Corner, Alter Ist so, Junge Es gibt einfach Leute, die können auch nicht so gut spielen Schnuggels runter da Müssen was nutzen, damit die überhaupt Bargills machen Ja, danke Das, genau das Der Falter auch, dieses enge Ding macht keinen Sinn Das ist das Ding Das ist das Ding, an der Sache Danke für den Arsch, Retterei Alter Sniped Aura, wo kommst du denn mit dem Schluss her, Shelly? Ja, ich hab's schon vorher auf dich Ja, ich hab's schon vorher gesehen, Alter Oh, das ist das Das ist das Das ist das durch die Wand ging Crazy Da hat Jeffy mich doch gekriegt hier Ach, Mann, ey, ich hasse diese Leute Also bei schlechten Leuten ist es in Ordnung, aber bei den eigentlich guten Spielern nervt es, wenn die dreckig spielen, ne Mal Ja, da rennt schon wieder einer weg Ey, Shelly, was war das denn? Taktik, sehr egal Das ist doch keine Taktik, das ist dreckig Das ist doch keine Taktik, das ist dreckig Ja, egal, dann sterb ich Ja, ist egal, dann sterb ich Ja, komm, Alter Ich hab mich jetzt drei Kinds geholt, Digga, ja Ja, dreckig Dreckig Egal, äh Nein, ist das, was denn jeder kann Ich hör's, Digga Er versucht durch den Quarteller zu schieben, aber Oh, ja, kann doch nicht wahr sein Boah, Garlate Das ist movement, aber Ich kann nicht verstecken Du brauchst auch nicht verstecken, ich sag nur, wie dreckig ist Ich bin so'n, so'n extrem offener Spieler Ja, gut Normale ist es schön run and gun Aber das Ist halt auch keine run and gun Ja, technisch gesehen ist es nicht unbedingt gegen die Regeln Aber Es ist halt so Dieses Dieses dreckige Taktische Das ist einfach irgendwie Am Ende Ich bin so der Mensch, der ganz gerne dieses Am Ende machen die Leute, die sich bewegen sowieso mehr Kills Also die, die campen, machen eh keine Kills Merkt man, ja Ja Nee, Camp geht ja, es ging überhaupt nicht gerade ums Campen tatsächlich Äh, es ging tatsächlich darum, um dieses Ähm, hinter den Ecken zu warten Also noch mal zu kreiseln, wenn du siehst, dass er die Person sich rollt Dass du dann nochmal so'n Vorteil hast Ähm Das ist was alleres Ja, oder halt Das ist ein großer Vorteil, den du hast Oder halt Dieses Das ist ein Bester Wanderer Mein Wanderer Ja, ne, ich meine nur mal das, weil es gibt genug Leute, die spielen das halt so runter Und technisch gesehen sind diese Bewegungen meistens keine Regelverstöße Aber das ist halt so dieses leicht dreckige Spielen, was ich ja heute mal nicht so mag, weil ich dieser extrem offene Spieler bin, der halt wirklich, ich sehe fünf Leute und ich schieße halt auf alle Leute drauf und gucke, wie viele Kills ich da rausholen Lauf geht Ja Stand auf jeden Fall Warte mal noch mal ganz kurz einen Moment Ich bin dann hinter die Wand Achso, das Runden, was hätte man mal hoffen Äh, das Campen habe ich dann sowieso, also da war ja diese komische Gasse mit den, mit den, mit den Containern, wo die Leute einfach die ganze Zeit hin und her gecampt sind Junge, da bin ich gar nicht mehr hingerannt Da bin ich überhaupt nicht mehr hingerannt, das hat keinen Sinn gemacht, sich da rein zu bewegen Ja Das ist ein Deathmatch mit LTS oder was? Gewinnen mit zwei Runden Ja Ja, das gibt's so mittlerweile auch Deathmatch mit Runden Sind das die selben Teams? Das kann immer irgendwie so leben Ja Also das ist ein LTS, aber ein LTS, wo du noch mehrere Leben hast halt Am Endeffekt wie bei Paintball Mhm So eine Art, das Ding ist, du musst halt mehr Kills machen, weil wenn dann am Ende eines gegen einen schluss und dann läuft die Zeit auf Also das ist ja die Campen Ach, das ist ja Wenn ich davon machen will Fahrzeug Rauscht dichs oder was? Keine Ahnung, was wir hier machen Ach so, ne, hier ist ein Team, das schießen darf Aber guck mal hier Hier ist so ein Fahrzeug oder wie war das? Ja, aber damit triffst du niemanden, du bist zu langsam Ich weiß nicht, ob ein Team eventuell sogar gar nicht schießen kann Ähm, ich könnte aufklären, was das ist Ich hab doch schon... Jesse, kannst du schießen? Ääh, ihr müsst versuchen uns umzubringen Wir halten doch wesentlich Wir haben halt den Boden, weil wir halt helfen Ja, wir sitzen da am Panzer Johnny, wo bist denn du? Bist du auf der Landebahn? Ich bin am Heli Matti, komm mal her, Matti, komm mal her Zu mir, hier auf vorne an der Straße Jawohl, bin tot Ja, wo du hast du auch? Wir sind an einem Panzer, Jungs, gehoben wie die Fahrzeuge Das ist ja Hammer, der Kackmodus, oder? Fahrst du, fahrst du? Ja Steig mal bei mir ein, ich setz mich im Beifahrersitz Wo bist du? Hier, direkt liegen Dann haben wir Auto ein Hast du keine Waffe, die man nach dem Beifahrersitz nutzen kann, wa? Fuck, ich bin tot Doch, 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 doch Aber ich habe gerade geschossen Dann wäre der mir noch geznackt, oder? Ich hätte da zwei Headshots machen können Und, äh, aus irgendeinem Grund Hat, äh, der einfach nicht geschossen Wow Sorry Henker Alles gut Na, da dreht sich die Karammer an Na, da dreht sich die Karammer an Ich kann die auch alle nicht an-aimen, ne? Das ist crazy Ein Team ist hier massiv zum Vorteil Du, die Farake Och, ja, okay Losti Vor allem, fahr ihn über und Er überlebt Nein, trommst du es gleich da, her Was machen die scheiß Polen hier eigentlich? Ey, wie viel Leben haben die da hinten eigentlich? Ich schieße mit dem Panzer auf den, der stirbt nicht Ja, und du bist aber auch gut vertauchen und tot Oh, ey Oh, ey Wie viel Leben haben die denn? Die halten irgendwie vier, fünf, sechs Schüsse aus Ach, Mann, ey, was ist das denn? Malibu erzählt auch nicht so wahr Ich kann auch richtig geheimen bleiben, wie lange die Luft anzufahren Ach, jetzt habe ich hier Moni Durch die Flings Ja, ich wusste zum Beispiel Losvermahn Ja, hier steht ganz außen einer Ja, hier steht ganz außen einer Nehmen wir das Gerät hier? Äh, ja, guck mal Würdest du fahren oder schießen? Ich kann fahren Hier steht ganz außen einer Fast doch, Chevy steht ganz außen Ja, hier steht ganz außen Ja, hier steht ganz außen Ich schieße die ganze Zeit drauf Er schießt einmal los, ich bin lecker Also Und Marlon da jetzt mal weg Ich nehme jetzt Faust du als Dekor Hammerhaut, oder? Komm, die Winde noch zu dritt Wir haben doch doppelt so viel Leben wie wir Jaa Hier, Mann, wir müssen mehr rum Ich habe mal keine Waffe Der liegt da irgendwo im Rahmen Der liegt da irgendwo im Rahmen Ich sehe nicht, fuck Fabin Komm Hol ihn Nein, ich hänge hier Jaa, mein Kopf Jaa Das war's mit mir Mach den Fuß oder haben Ja, ich komm mit Sehr schön Da kommen wir nicht durch Habt ihr den Typ? Ja, was soll ich denn machen? Komm Fünf Sekunden, hol ihn, hol ihn, hol ihn Er ist weg Jaaa Alter 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 Ey, also das ist halt scheiß Job Ey, jetzt wechseln er Du wechselst ja jetzt das Team Ja, aber du hast halt als Angreifer absolut keine Chance Da irgendwas gegen so ein Panzer zu machen Weil du den aus dem Panzer nicht rausschießen kannst Ja gut, gegen Panzer würde ich jetzt auch nicht kämpfen Aber du kannst ja Gucken, dass du jemanden im Fahrzeug erwischt Hat der jetzt keine Wahl Also Faust du war fast tot Musst du so ne 30 Sekunden mit dem Minigun draufhalten Dann der soll fast dauern Also mein Panzer hat die ganze Zeit schon Äh, gepiept, sodass er gleich Schrott ist Naja, also Er hätte ich fünf Sekunden länger schießen können Äh, wär's doch tot gewesen Okay, Leute, wir schaffen das Was macht mehr Sinn, zusammenbleiben oder aufteilen? Ich weiß es nicht Aufteilen, nein Ich glaub aufteilen, ja Mein Panzer müsste mehrere drauf schießen Ja, also beim Panzer würde ich zusammenbleiben Aber nicht so zusammenbleiben Dass einen Schuss alle tötet Ja, genau Und ansonsten eher aufteilen Und einzelnen rauspicken Kann man die Fahrzeuge wechseln? Naja, du kannst machen was du jetzt Und die Bullen hängen auch hier noch Da sind ein paar hinter uns gespawnt Holy shit Das vorne ja Leute zu mehreren Seiten Ja, passt auf Und die Bullen hängen hier noch am Nacken Wir haben nur ein Leben, Alter Wir haben nur ein Leben, Alter Ja, ja Aber unser Leben hält ja viel mehr aus Oh, da kommt ein Schneider Oh fuck Vorsicht, da ist direkt ein Panzer Nein Nein Nein, ich bin direkt vor dem Panzer gespawnt Hilfe 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 Leute Ich brauche Hilfe Ich bin tot Die haben mich Retourkutze Ich bin raus Was? Also selbst die Bullen sind noch gegen uns, Alter Sie schießen noch Ja, ja Ich weiß nicht was, aber ich wünsche mir nur ein Leben Ja, ihr gammelt auf dem Dach? Warum fällt denn das? Das Gute ist, wir haben noch zwei Chancen Die haben nur noch eine Chance Die müssen jetzt gewinnen Ja, die haben mich fast Ein Panzer schießt die auf mich Ja, das war's, ist gut aus Ja, komm Boah, du kannst die annehmen nicht mal Ja, mit dem Panzer, da muss ich nicht anlegen Aber alles andere kannst du weg holen Das ist fies Musste man die Waffen aufsammeln, oder hat man die einfach? Hat man Scheiße, wusste ich gar nicht Pass auf die Railgun Pass auf die Railgun Das wusste ich gar nicht Vorsicht, Renu, hier auf der Straße kommt ein Panzer Ja, ja, der kann uns gar nicht trennen Ah, so viele Bullen Vielleicht tot, oder? Ja, die Bullen sind Scheife Ich muss nachladen Vor allem, du kannst die Gegner nicht wegschauen Okay, die bleiben bei 13 Leuten Ja, ja, ne, wir haben Das Gegnerteam hat unendliche Respawns Ja, ja, deswegen Du musst einfach überleben, ne? Oder wie ist das? Einfach nur die Zeit überleben, ja, ja Naja, zwei Minuten, acht Leute, das könnte ja klappen, oder? Boah, Malimo wird grad richtig hops genommen Pass auf, hinter dir Ja Ja, er hat dich hops genommen Nikita ist fast kaputt Kommt noch einer Oh, Scheiße Mann, jetzt lass mich Er überlebt aber Er steigt aus Ja, das ist mies Das ist doch nur mies Malimo, jetzt hol ihn Nein Digga, was soll ich da machen? Der fährt mich über und äh Ich kann Ja, das war aber schon lustig Hey, das ist einfach die Scheiße War aber schon lustig Digga, ich hab ja wenigstens Wörfen gespielt Aber dann fährt er mich über Ja, die haben ja nur einen Leben Die haben ja nur einen Leben Die müssen das nicht spielen Also, das ist wirklich unfair Ja Shadow Tiger unter dir Mann, bist du blind? Wer ist unter dir? Mein Gott Ich bin nicht wirklich bei einem Ich bin nicht wirklich bei einem Ich lebe ich Leute Alter Achso Der andere kommt zu uns Ja Komm, Keule 1,30 noch durchhalten 6 Leute Komm Das schafft ihr, wir schaffen das Komm Ihr zieht durch Ja Ja Genau Sehr schön Denk doch, Keule Hinter dem Gebäude ist auch einer Der kommt jetzt rechts Ja Hier ist ganz weit schon Ganz weit schon Ganz weit schon im Blick Sehr schön Du hast wieder voll live Du hast wieder voll live Ach, Chevy ist aufs Dach hoch, ne? Wir packen das Komm, 1 Minute Jungs 1 Minute 5 Leute, das packen wir doch Halte durch Darum Panzer Ja Ja, Panzer ist Schrott Ja, Nikita habe ich schon die ganze Zeit runtergeschossen Ja Na ja Hätte ich das gewusst, dass ich alle Waffen habe, ey Mann Hab keinen Sinn da Ja, ich komme nicht mehr weg Er spammt hier mit dem Heli rauf Wichtigste, ich kann nicht mehr aufstehen Ihr schafft das 38 Sekunden 4 Leute 4 Leute Nur bei dem Heli kam Er ist unten Der ist unten Der ist unten Der ist unten Und drauf gespammt hat 30, 30 Ey, ich muss sagen, im Alien Team ist sogar cooler eigentlich zu sein 20 Sekunden noch Leute Hier, guck mal 4 Leute, 20 Sekunden, komm Ja Ja Oh, der Panzer 10 Sekunden noch Kommt Drei Leute Das schafft ihr 7 Sekunden Kommt 5 4 3 2 1 Sieg Stark Boom Chili Tokyo Digger Digger Dass ich das nochmal in meinem Leben gelesen muss Was ist das denn? Er guckt mal, ich habe gerade ein Handy runtergeholt Ich bin mir die ganze Zeit in einem UFO gesessen, wo man ihn nicht killen konnte Was? Ja Wie ging das denn? Keine Ahnung Wie kriegst du? Chili 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 Tokyo Ich habe 6 Kills Das war echt ein Scheißjob Ich habe eigentlich mehr wie für Tokio und der Tropfen Fünfte Ich komme Ich schnagg jetzt, ich komme langsam ran Weißt, was du scheinst? Ja, weil ich auch immer weiter abflinke Oh, kann jetzt hier nochmal irgendwie ein Rennen haben oder so? Sehr schön 4 Teams wie der V4 Na klar Am besten wieder gegenüber, da gegenüber, von allen gegenüber Nein, ihr könnt euch frei wegen Am besten noch und dann Wir haben Machete diesmal Oh, deine Scheiß Waffen, das ist überhaupt nicht meins alle Ihr könnt aufsammeln Wen habe ich denn? Wie der gleiche Team macht wie Sydney, Reni und Nikita 4 Teams Chili Woods Ja, das ist ein gutes Team Die ganzen V8 in einem Team Die ganzen V8 in einem Team Ich bin ein V8 in einem Team Ja, ja Was? Kannst du nicht noch sprinten? Mh mh Alter Drei Leben, ne? Uff, passe Und Gegner werden nicht auf der Karte angezeigt, ne? Ja, nein, nein Ich komm jetzt, warte Ja Nee, Elektroschucker Einer Ja, er rollt Was hat der Delefant gebracht? Hast du Glück gehabt, weil ich nicht rollt hab, Junge? Hast du Glück gehabt? Hast du ein Glück gehabt? Ein Schweineglück? Schweineglück Nix über nichts Oh, ich mach mich lieber aus dem Staupass Oh, nein! Komm, kann man noch rüber zu den anderen? Was sind da drin, ja? Ok, jetzt kann ich wenigstens schneller laufen Nein! Ja! Johnny, du weißt ja auch noch, nein, das passt aus Ja! Nein, Alter Vorsicht Faustlos, hier hinter der Mauer Ja! Ja! Hallo, lad doch nach! Ach, die Wasser nachverlagen, scheiße! Nein, hat mich gekillt, ich hab noch ein Leben, Jesse! Ich hab noch ein Leben! Jaaaa! Alter, was ist denn das? Weck hier! Dunkelvoll Bier! Hätte dir! Ja, Jerry, was machst du denn da so? Was sind da gescheit, oder? Was sind da gescheit, oder? Wir sind noch runterklettern! Ok, Dunkel, folgt mir nicht! Egal! Sehr schön! Henker, ist klar! Man sieht hier kaum was, ne? Es ist so dunkel hier, Alter! Ey, ich find keiner was, nix! Wo ist die, wo ist die? Da ist einer oben, auf einer... Metti, wie viele Leben hast du noch? Auf einer Villa ist einer oben drauf, passt auf! Ja, wie? Ja! Egal! Ich drück den vier Headys und der verrägt mich! Ist ja geil! Oh, da ist jemand! Klarer, da kommt jemand! Wo denn? Hier oben, auf der Plattform! Ja, ja, ist nix, ist nix, Jungs, ist nix! Jaaa! Och, Mann, ey! Oh, da ist er sie! Hilfe! Hilfe! Nikita, Hilfe! Hilfe, Nikita! Hilfe, Nikita! Sehr gut, Jera! Ja, wir machen den Super! Nikita, Alter, kommt! Wir machen den Super! Ja, ich hab ihn gekillt! Oh! Alter! Hä, das sieht immer so, als wenn da jemand spawnt hinter uns! Ja! Sehr schön! Wie viel Boni hab ich noch? Da vorne, oben! Mit links! Oh! Sniper! Gianni, das ist Gianni, der ist gefährlich, der Asi! Digger! Digger! Gianni macht mich aber auch immer Wunsch! Digger! Hilfe! 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 Ah, ja! Komm zu, Leute, guck, 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 guck! Willst du mich ernsthaft da jetzt reinlocken? Nein, ich bin tot! Was war das denn? Wie hast du mich denn gerade one-hit gemacht? Äh, ich hab'n Revolver! Lol! Wie kamst du denn da hin, Mann? Stirb nicht! Nicht da, nein! Die haben Nikita getötet! Warum snipet die Digger? Renyu lebt hier auch noch! Renyu, töt ihn! Ich guck mal bei Renyu, was der so treibt! Ich rege gar nicht mal so treib, ehrlich gesagt! Stirb nicht! Hier sind nur noch drei Leute! Ich hab' gar keine Ahnung, was ich hier mache, Mann! Töt Leute töten! Das ist ne gute Idee! Wenn ich wüsste, wie das geht! Ich bin noch neu im Spiel! Ja, das war's! Halt auf'n Berg hängen, hinten! Ah, was ist das denn für ne beschissene Waffe! Rennyu, du rennst rum wie so'n verpeilter Mann! Was machst du da? Weil ich suche, wo die ganzen Waffen hier sind! Sind doch auf der Karte! Ey, geht mal auf die Fahrt, Leute! Ja, der schwere Roller ist nicht schlecht, aber er denkt drinnen, der schießt langsam! Ja, aber es reicht doch, wenn ich mich schmecke. Ist da jemand? Nein! Ja, Alter, was war das denn? Schön, Marlon! Lebst du noch? Das Ding ist, bei mir war ich sogar auf'n Kopf. Ja, es war! Nein! Ich find' halt keine guten Waffen! Mein eigener Te-Mate. Es gibt keine guten Waffen! Renyu, komm mal hier runter, wo ich bin! Es gibt nur so Waffen, die nicht so stark sind. Was macht der, Junge? Da rechts ist einer! Renyu hinter dem Holz ist einer! Ah, nee, das ist Dings, ne? Oh nein, doch, da ist er! Komm, hol ihn! Der schießt mich! Der hat einfach nicht geschossen, Digga! Was? Ich meine auch nicht! Kommt schon! Wer lebt noch? Nur noch Tokio? Oh mein Gott! Ja! Wir sind am Arsch! Das ist nicht deine geilste Map, sag' ich mal so! Du musst einfach leben! Nee, das Problem ist halt, dass ich hier nichts treffe. Ich aim' die Leute an. Was ist das denn, ey? Was ist dein filender Skill? Mann, nimm die Waffen da! Nimm das Sniper-Gewehr! Tokio! Tokio! Nimm das Sniper! Der Sniper! Der Sniper! Der Sniper! Der Sniper! Weg, los! Wie groß ist denn bitte die Map, Alter? Sehr groß! Kannst du dich auf den Berg hinten stellen und alles? Nee, du kannst dich auf den Berg hin. Ja, aber weit vorne kannst du schon, das reicht schon für die Erhöhung. Tokio, bitte mach irgendwas Sinnvolles. Hörst du mich? Hörst du mich? Tokio! Hast du Gewinnrunden eingestellt? Nein! Tja, aber wo gingen wir denn jetzt hin? Ja, gute Frage! Geht also wo? Kommt schon Leute, drei Minuten noch. Kann ich auch jemanden anders zugucken aus einem anderen Team? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hat das in der gleiche Neck, der Gäste? Also wenn die ihn nicht suchen, dann kann ich erst sogar überleben, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Wie viele Kills haben wir denn? Das bringt ja nix! Die haben 53 Punkte, äh, haben wir am wenigsten Punkte? Oh mein Gott! Ja! Und mit 16? Ja, ich hab keinen einzigen Kill, ich hab nur auf die Fresse bekommen. Doch, ne, zwei Kills hab ich. Die V8 Leute haben 53. Mit den da drüben? Die sind da hinten. Johnny hat acht Kills gemacht, oh Gott! Ich hab keine. Der hat da die gemacht. Mit dem Robberber. Mit dem hab ich versucht zu schießen, aber das ist so dunkel, ich hab den Kopf nicht erkannt und hab deswegen was nicht verhindert. Darf der nicht nur an der Stelle lauf weiter, Mensch? Das sieh ich doch. Ja, wenn ich den Kett zuschaut, dann wird mir schlecht. Ja, schnell, Dave. Unten. Ja, warte mal. Sind die schon tot? Ne, sind sie noch nicht tot. Von jedem Team lebt doch einer jetzt, ne? Nn, nein, ein Team ist weg. Ihr müsst Losti rausknallen. Losti ist doch nicht im selben Team, oder? Nein, Losti ist nicht im selben Team wie Devil's Breath. Marlon sind in einem Team, doch. Marlon und Losti bräuchte deine. Achso, jetzt siehs, ja doch, die sind in einem Team. Marlon und Losti bräuchte deine. Doch, jetzt siehs auch. Deswegen. Deswegen hab ich aufgeregt, Leute. Ey, Tokio, schlau, dass du auf dich aufmerksam machst. Gar nicht so schlecht. Gehen, 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 gehen. Dann mach das nicht weiter. Gehen wir nicht. Naja, er hat eigentlich ja einen guten Spot. Hast du's gesehen? Hol die, hol die, hol die. Ich geb euch mal einen Tipp. Was, die Marlon passt nur auf, dass der andere von hinten nicht kommt. Tokio ist am Wasser. Oh, doch hol ihn einfach. Komm, hol ihn die. Mach keine. Mach ihn nicht mit der Sniper, Junge. Mach's nicht mit der Sniper, Junge. Tokio ist am Wasser. Ja. Ja, der haben sie's hier gesehen. Warum holt der Dings grad eben schon mit der Fistel, Mann? Ja, er hätte von hinten schon grad wegschießen können. Ja. Das war der, der besser, der ihn aussieht und gleich wird er eigentlich gefällt. Ja, eben. Aber was macht der auf dir? Malibu, ich versteh dich nicht, du bist verdammt leise. Der ist denn überhaupt hier drinnen im Discord? Nee, nee, ich glaub der ist irgendein Randy oder so. Das spielt wie ein Randy. Malibu ist im Discord, der muss sich noch mal lauter stellen. Das Mikro runter machen. Jetzt steht er da, Junge, beweg dich. Das ist schlimm. Die Einzigen, die noch jetzt gegen Marlon und Losti spielen, sind die, die sowieso auf Platz 3 und 4 der Teams stehen. Malibu, du musst langsam was machen jetzt. Vorsicht links, Losti. Ja, super Marlon. Alter, nein. Egal, wir werden Zweiter, oder? Ja, wir werden Dritter. Meinst du? Oh nein, jetzt zündet er sich selber an. Nein, V2, Team 4 ist kein Bumpen. Wir haben nichts weiter. Nee, wir sind Dritter, Team. Wir sind Dritter, Team. Wir sind Dritter, Team. Wir sind Dritter. Wir haben 5 Punkte weniger als V8. V8 und Johnny. Geht's nicht auch drum, wer lebt? Verräter. Ich hab auch eine Chance gehabt, also ich hab Leute nur in den unglücklichsten Situationen gefunden. Dritter sind wir, V4 bei dir ist auch so. Und trotzdem dafür, dafür mehr als die, äh, auf den Zweiten mehr kill zu haben, ist auch nicht schlecht. Ja, ich freue mich nicht auf den Zweiten, haben nur 39 Punkte. Ja, und wir haben 54 oder so. Ah ne, wir müssen jetzt Zweiter sein. Eben. Und ich Dritter. Deswegen, das wundern mich. Mal und 243 Punkte, ey, das wird echt knapp. Das sind genau 50 Punkte jetzt, ne? Ich muss irgendwie näher rankommen noch. Renn. Was ist denn der Punkte-Rekord? Ne, nicht wegen Punkte-Rekord, aber wenn er jetzt... Oh, entzertend. Punkterekord für eine Liste meinst du? Genau. Genau. 311, das schafft er glaube ich nicht. Das schaffe ich nicht, ne. Über 313? Ne, ich weiß nicht ganz mal, ich gucke mal kurz. 312. Das war noch ein Punkt. 313. 313. Wenn er dreimal 30 Punkte bekommt, hat er 90 Punkte, dann können es überpassen. Darf er nicht schaffen. Wie deinem Keymap. Kannst du starten? Na, einer tritt noch bei, Strassado versuchts nochmal. Strassado, Strassado. Da war heute bisher keine einzige richtige GP mit dabei, ne? Ich keule das... Ich keule das ist jetzt unbedingt hier. Da war heute bisher keine richtige GP mit dabei. Ne. Ich hab halt nur Halloween-Jobs genommen. Wobei ich... Ich weiß, ob die anderen Rennen, die noch kommen, also mindestens eins kommt hier noch. Jetzt kommt hier noch. Komm. Oder vielleicht kommen auch zwei noch. Weil die Reihenfolge durcheinander ist. Vielleicht sind's... Vielleicht ist da noch was dabei. Die letzten beiden können jetzt noch Rennen sein. Nachdem. Strassado tritt gerade noch rein. Naja, kann nicht. Ne, hat nicht. Ja, Gianni. Ja, ich kann dich dadurch nicht wieder... Ja, Marlon ist in meinem Team, ey. Nein. Oh, ja, weil's für ein Wechsel ist. Jetzt ist Matty der Verräter. Marlon wie ins Gegenteil. Ihr beide seid die Verräter. Ach ne, Theresa ist auch drüben. Ihr seid die Verräter. Ja, aber wir haben die Möglichkeit Marlon noch zu holen. Dann müssen wir jetzt reinschwitzen. Marlon überlebt das. Ne, Marlon ist doch bei uns. Marlon ist bei uns. Marlon ist bei uns. Marlon ist bei uns, Renio. Oh. Extrapunk muss regeln. Alter, das waren jetzt zwei oder drei Maps, die komplett alles zerfickt haben. Sehr schön. Sehr schön, wir sind oben. Und dann sind wir jetzt unten. Das wird natürlich schön. Guck in die andere Richtung. Yo. Ja, das sind die Mails, die die ganze Zeit vor einem rumrennen. Lass dich, dreh dich. Ich schieb dich wieder. Nein! Ich hab dich zur Sicherheit geschickt, du hast nicht. Boah. Gibt immer Partner-Faustung, Leute. Oh, das war knapp. Du musst mal bis hinten hinfahren. Ich glaub, nicht ganz bis nach hinten. Mach schon. Scheiße, Schneid. Alles gut. Ja, guck mal. Wir blockieren uns hier ganz schön gegenseitig. Ja. Passiert. Alter, meine hat keine Kraft. Ich komm nicht hoch. Scheiße. Ich brauch einen neuen Wagen, Alter. Meiner ist Schrott. Nein! Ich bin tot. Ja! Machst du mit, Dexterfass, oder? Fuck. Ja, ja. Alles erlaubt. Ach, verdammt. Alles erlaubt. Scheiße. Okay, Leute. Alles erlaubt. Also, wenn ihr getroffen wurde, ne? Kannst du oben aussteigen, was du willst. Mach, was du willst. Ist da ein Regenbogen, Alter? Nee, doch nicht. Ach, jetzt fliege ich drüber, oder was, Alter? Was ist denn das, bitte? Was war der in certain factors? Ja, genau, jetzt schieße ich los, Alter. Perfekt, Alter. Ja, 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 Jesse, gut, 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 gut. Nein! Nein, fuck. Malon drauf. Oh, Malon ist um. Hast du Glück gehabt, Junge? Ah, ganz gut. Wir hätten zuerst unten sein müssen. Ah, schade. Ja. Ja, nicht gesagt, ne? Doch, noch nicht mal. Nein! Nein! Wir fangen zuerst wegholen, als wir von oben nachzufahren. Ja, aber... Ich hab jetzt, glaub ich, zwei oder drei Mann da oben geholt. Stimmt. Aber... Aber wer ist ein anderer in Surgeon Map, dann... Glaubst du mal? Sehr gut, Renio. Link von euch, Link von euch, hinter euch! Was macht der Leer und der Pater beruflich? Einer nur noch. Na, warte! Ja! Das sind zwei Surgeons und die töten seine Mates und er guckt in irgendeine Richtung! Ja, das war... Wahnsinn! Was macht denn der eigentlich beruflich? Oh, Junge, Alter! Ich hab gerade so Leichenschäden betrieben, der hat schon lange tot, Alter. Das hab ich nicht gesehen, Johnny, das war so selten doof. Doch, Renio ist grad oben gelandet, ich hab's so im Augenwinkel gesehen. Er guckt in irgendeine Richtung und hat zwei Insurgeon auf der Platte. Och, nicht Marlon, Alter, hört auf, ey. Nächste ohne, nächste aber letzter. Ja, aber guck mal, von mir musste er sich... Von mir musste er sich am Anfang nicht wehren, weil ich hab halt einfach aufhören und tot bin ich die ganze Zeit drauf gefahren. Ich hab richtig Leichenschäden betrieben. Der Statter so in der Ecke hat sich da versteckt, ist gestorben und hab ich einfach die ganze Zeit gegen gefahren. Bisschen mit Nachdruck nochmal. Kommt Discord. Kommt Discord, wenn du dich draus, ne? Kommt Discord. Mir wisst, Wechsel ist erlaubt, also. Nee, ist verboten. Ich trage so ein komisches, schwarz-rotes Outfit mit einer Weste, ne? Also, falls ihr mich zählt. Also, ja, hier bist du. Na, getreten. Na, hier ist es ganz gefährlich, du breitst mich die ganze Zeit vor die Kamera. Ah, mach, hier bist du auch. Ich steh auf einem Fleck. Mach, Junge, mach, Junge. Nee, eben bist du kurz gesidestepft und ich steh hinten, ne? Das sind mich die ganze Zeit nicht in der Tür. Achso, dann gucken wir einfach in eine unterschiedliche Richtung. Das ist ne gute Idee. Ich hab halt grad auf die Plattform gezuckt, weil da grad einer aufkam. Nein! Nein, nee, da hinten ist einer von der Flinte, Mann! Piri Reise ist auf der Plattform. Weck mich mal. Oh nein, er kommt grad angesprochen. Oh, ja, ähm. Mies, ey. Fick dir da oben jetzt weg, Mann. Nikita ist tot. Hau dich. Ja, Mann! Oh, das sieht nicht gut aus. Leute. Weg sind die Karre. Nein! Jerry liegt auf dem Boden. Jerry liegt doch da unten. Schießt auf ihn. Nee, lasst das mal. Lass mich in Ruhe. Geht mal. Schießt auf ihn. Weg ist Sidnick. Los die Leute. Gib Gas, Junge. Ihr macht das. Weg mit Karre und Gas. Irgendwie. Hier. Können wir wiederholen die Namen nochmal? Und sagt das dann nochmal? Nein. Ich wollte weg für die Karre und gehören, weil ich brauchte, getroffen wurde. Reicht. Da auch nicht. Sehr schön. Hol die da. Jetzt sind drei Leute doch da oben. Piri liegt auf dem Boden. Aufpassen, Linter. Oh nein. Noch einer runter. Sehr schön. Hat gesessen. Komm zu spät. Ja, die Call. Nur noch Sidnick und Blacky. Komm, die regeln das schon. Oh. Das war knapp. Sehr stark mit Sidnicks Trigger Discipline da gerade. Komm. Komm, hol den weg da. Fix my body. Gut. Oh nein, Sidnick, das war blöd. Das war blöd. Blacky, noch einer. Äh, ja. Ja, komm. Ich wollte aber Munition holen. Ich habe keine Munition mehr gehabt. Noch einer. Holt ihn. Oh, oh. Er ist drauf. Er ist drauf. Er ist drauf. Blacky, Blacky. Blacky, Blacky. Oh mein, Blacky. Oh mein, Blacky. Oh mein, Blacky. Sani, wiederholst du das bitte nochmal? Nein. Ich sag jetzt nichts mehr. Naja, wir haben noch ne Chance. Ach, Blacky. Ja, der ist halt auch nicht die ganze... Also der kommt halt auch nicht in Discord rein, weil das nicht passt. Ach man, ne. Hotpot. Oh. Oh, ich... Ey, ich hatte dieses Gefühl, man will... Kann aber nicht. Ich hasse es. Ich hasse es. Schöneres Mal. Oh. Ah. Okay. 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 Der kann in der Tag nicht mehr. Vier Spaß. Ausschmeißen. Dackere. Abfahren. Das ist die Tür. Ist Fubu wieder da oder was? Ey, Johnny, morgen haben die 12.00. Fubu war der. Oh nein. Der Junge. Der Junge. Nein, ich weiß worauf eigentlich heute drin. Fuh, du der Sex in der Party. Besser Mann. Und hier, Alter. Schnaggels. Junge, die schießen gerade alle auf mich. What the fuck? Alter. Eieieieiei. Der liegt, der liegt. Oh mein Gott, was war das. Servi macht Selbstmord. Ein Schwachsinn. Ich habe mich untergeaimt, Digga. Ja, wie kommt denn schon wieder einer oben drauf? Ja, komm, dreh dich. Sonst werde ich umgefressen. Oh, come on. Wie viel habe ich schon gefressen jetzt? Ey, er hat sich nicht gedreht. Ich habe auch hin zu den 3 gefressen, Alter. Also ich musste jetzt sofort beim ersten Mal anfahren. Ey, Regis war aber auch am Anfang fast wieder furious. Auch unmöglich, um Opus zu gewinnen. Alter, das war crazy, was er gerade hat. Wir haben hier Fahrzeuge gefressen und dann auch gewechselt. Tokio ist oben. Ich hätte einen neuen Type. Ja, komm. Scheiße. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Hi Renu. Check fest. Scheiße. Checking. Hinter euch, dreh dich, dreh dich. Dreh dich, Junge, dreh dich. Das war einer auf der anderen Seite. Wow. Hoppa. Längst kommt einer. Vorsicht, Jungs. Hi Johnny. Hi. Hi. Lass nicht Malon nennen, ne? Alles ist okay, aber nicht Malon. Ich bin doch schon tot. Ach, so gut. Längst von auf, von auf, von auf. Deine Ferne drauf. Sehr schön. Holt ihn, hol den da weg. Zwei, zwei drauf. Von auf. Und das war's. Oh, ganz knapp vorbei. Das war's. Ja, das schafft man auch nicht, wenn man oben ist. Als erstes. Die Fahrzeugen fressen drei coolen auf jeden Fall. Er ist unten auf einmal. Ja, durchgespawnt durch die Map. Nicht mehr. Crazy stuff hier. Nicht mehr. Es gibt LCS erhöhe Gewinnswochen oben, das definitiv. Aber die neueren sind halt mehr Mädchen-like gemacht worden. Das war schon ne gute Information erst unten. Ich hab nur auf die Map geguckt. Ja, vor allem auch mit dem Wechseln, da hast du halt oben dann gar keine Chance. Naja, wenn der einen Fahrzeug schon drei Panzerfäuste nicht kaputt noch fahren kannst, dann darfst du noch wechseln. Und das sind so viele Fahrzeugen auf beiden Seiten noch. Und dann haben die oben keine Chance. Das willst du dann machen. Ja, 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 ja. 273 hat er jetzt. Oh mein Gott. Das wird auf jeden Fall ein Rekord für Marlon. Ja, das ist ein Marlon's Rekord. Für mich dürfte es aber auch ein Rekord sein. Ich glaube, ich habe auch noch nicht so viel. Oh, das ist Marlon's Rekord. 273. Echt? Ja. Kannst du mal gucken, was mein Rekord ist? Rechnung 287. Ach du Scheiße. Lässt du an oder auf? Welchen hab ich? Ich will ein Renners ausmachen. Kein Kontakt. Kein Kontakt, Christian. Das Halloween-Track ist Mögenier auf definitiv geplant. Jo, Fausto, könntest du mal bei mir gucken, was war mein Rekord? Wer fragt? Staminator, Sanktus, Loschul, Frankenstein, Bringham, have fun. Wer war das gerade? Schnaggels und Losty. Losty. 275. Schnaggels. 244. Die Rennen machen es jetzt so. Was steht denn eigentlich drauf? Was für eine Fahrzeugklasse fand ich? Dominator, Sanktus und Loschul, Frankenstein, Bringham. Also, die Fahrzeuge sind nur wohl zur Auswahl. Ich habe glaube ich nichts davon. Er hat auch Pissdom habe ich. Ich habe den Pissdom nicht. Ich fahre jetzt ungetuned. Ich fahre auch ungetuned. Sehr schön. Pissdom, der kostet doch nichts, Leute. Pissdom ist gratis. Ich habe eigentlich eins dieser Fahrzeuge, aber ich weiß nicht, ich bin schon angezeigt. Der war mal schnellstes Fahrzeug in der Dingsklasse. Dann setze ich auf den Fahrzeug. War das schon 5, 6 Jahre her oder sowas? Hab ich auch gemacht. Den mir gibts nur den Pissdominator. Weil Frankenstein hab ich auch im so. und kann nicht auswählen. Ja, keine Ahnung. Aber es steht ja oben drin alles und kann es anscheinend nicht auswählen. Oh, ach so. Oben stand die Endeske drin. Entschuldungs. Das Ding ist da waren wir uns ran. Mit Skelett. Kann das sein, dass man sein eigenes Motorrad fährt? Ja. Ich hab das nicht. Oh. Ich hab die Korreiber überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Wer hat denn die Santos nicht, Fausto? Ich hab sie auch nicht. Ich hab sie auch nicht. Ich hab sie nicht nur einmal. Herzlich Glückwunsch. Ich hab die auch nicht mehr einspielen. Ey, f*** die Ennie, Mann. Kein Bock bei diesem Ding hier rumzuballern. Oh, ich hab sogar ein ungetutet. Scheiße. Ich hab sogar ein ungetutet. Warum bin ich so langsam? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich rot oder ungetutet habe. Och, ein Stein. Kann ich jetzt mal ein Verwandlungspunkt kommen? Ich glaub, meins ist auch nicht getunt. Ja, das Ding ist mir auch gerade. Oh, Junge. Man rutscht mit dem Ding weg. Junge. Oh mein Gott, nein! Alter, wie weit bin ich jetzt weggeflogen? Was ist denn da passiert? Oh, nee, Alter. Das hat mich jetzt sowas von rausgenommen. Siebzehnter. Oh, f***. Ich bin der Meinung, ich haute den eigentlich nicht. Ah, auf dem Account hier anscheinend. Alter, da seid ihr schon. Ich komm jetzt erst zum Verwandlungspunkt. F***. Auffass, ihr. Alle reinballern, ey. Digga, das sah schön aus. Du hast meinen, du sagst. Sau, Gianni. Ach komm, Gianni, als ob du den nicht getunt hast. Ja, Renni hatte den. Ja, das ist ja mein alter Account und ich hatte den. Aber hier auf dem neuen hab ich den leider nicht. Hab ich gefickt damit. Mann ist da langsam. Ja, und geht hier noch schlimmer. Du kriegst doch die Kurven ohne zu bremsen. Alter, vorne kommt auch wieder ein Dings. Boah, schon wieder ein Moped, alter. Ach nö. Boah, nein. Boah, du bahn. Ach nö, ich bin's besser gefallen. Boah. Alter, jetzt auch noch Öffahren, alter. Ach du Scheiße. Boah, hast du mich gestesst? Okay, ja, tschüss. Gut hat Kontakt auf, mit? ja auf jeden fall jetzt fall ich hier das gibt es nicht aber auch die kleine parkour hätte mit kontakt eingefickt gleiche stelle das ist gar nicht geil hier gerade war fast alle fahrzeuge die ja auf dieser strecke ja alter schwelle ist das ekelhaft alter wie uns ist das hier und da ist der frankenstein deswegen frankenstein dass ich ihn hab nein ich bin oben aber bringen da auch rein gar nicht alle wandelpunkte auch wieder unten getunet also ich fahr glaube ich nur die sanktis getunet ey wie dunkel ist das hier helfe sehr dunkel warum ist das so dunkel hier rechts sind die mauern und du siehst nichts oh gott das ding scheiß bremsen geil nach dem ding spawnen erstmal auf dem kopf gewesen hallo man muss doch da durch ne ja 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 eigentlich nicht doch immer du hast dunkel durch und im ende das hier fast sieh kontakt an und jeder hätte lampen aus das wär doch mies ja ja du siehst auch mit lampen siehst du nichts wirklich und da kommt die rutschkiste wieder die hat er gar nicht angekündigt oder doch der birmingham stand ganz am schluss das kann man hier durch ja oder media das ist schwein dann tötet was da war die oder an der runden noch mal mit der daumen gerissen ich wollte auch mal alles gut ich habe auf medis klo genug gerissen ich bin so weit hinten man ja ich auch da kommt das nächste da ich fahr das ding so gut aber die ganzen getunten sind so durch ich habe keinen getunten ich habe keinen getunten wie genau die sandluftkriege die bei mir nicht getunten ok ja jetzt kommt man wieder aufs motorrad ich habe gehört dass das rennen für sonntag für die racing wie kann ich mich hier in der kurve aufhängen wie dem drecks noob oh mein gott ich will gar nicht gucken ich glaube ich bin 18 ich glaube ich kann mir ja klar der aus dem mc hat natürlich die motorräder schnaggelt und ist auch wieder sehr schön geht ihr uns motorrad ich weiß es nicht ich bleibe auf jeden fall dran würden wir sagen nein verhältnis zu schwebibus würde ich auch sagen nein die kita hat wirklich alles getunten das ist crazy ich habe eigentlich auch alles getunten ich habe eigentlich auch alles getunten aber ich habe irgendwie nur die unmittelten gesandten ich habe eigentlich auch alles getunten boah yo alter ich habe mich aufgepasst jetzt kommt ja gleich wieder die den kann aber auch nicht bremmen sind das das problem ich bin so langsam wen soll ich denn hier so einholen oh das endet doch jetzt wie dumm bremsen boah ey vom fünften auf den elften gut dass du das gesagt hast sehr schön schnaggelt hänke halt die klappe nein weiter so bitte danke ich bin achter zwölften bin ich hier du da alter der ist der ist geil ja die maps von dem sind mega nix jani hast du den getunt ne ach so ok du meinst du weil sie über dieses balancen nein ey rutsch mir die scheiße weg alter was ist das jani wieso bist du hinter mir oh ich fall wieder runter ok jetzt hab ich ja ich auch ich hab mich eingetunen Fahrzeug oh also warum bist du hinter mir keine ahnung ey mann ich fall runter ich kann mich nicht trauen alter was ist los ihr müsst bleiben einfach kurz stehen jetzt wenn ihr den hubbel erwischt jerry solange ich den COD nachher vor dir wird das alles gut wenn ihr die check in der oben fahrt den hubbeln müsst ihr hinten die karne mit ich bin oben ich hab's geschafft aber alles rennen kann ich mir an eine Böcke schmieren und welche alle vier links ja lustig ja ach nee das gibt's doch nicht naja oh der war ein steiner Achtung ja wenn die brems kurz hab ich das sind uns da echt beide dieser scheiß busche ja ja selbe busch sogar auf der innenseite die sind so synchron weggedreht die sind so synchron weggedreht ey ja unglaublich ne oh nein Savvy hello der Mann der von hier Junge die Schaltvorgänge bei dem scheiß da ne ja ja schnitt ja schnitt ja jo tschau vielleicht wegen Inaktivität weil er wieder gestanden hat ja in dem Tunnel sieht das so aus als ob man gar nicht fährt mhm das ist geil wenn du einem entgegenquirst ganz knapp am Massen vorbei werde ich das Rennen überhaupt beenden? das ist die Frage der Planfauster oder was auch immer bleib los hinter mir los hier ich brauch die Punkte ja da bin ich gegengeschworen also also ich hatte nur die Sanctus alles ungetunt dritter Platz bin ich zufrieden oh brems drauf ja naja das war crazy wie jedes Mal die getunten an mir vorbeigezogen sind neunzehnter ich drehe ab komm komm danke Savvy wo ist Gianni der kommt so komisch als Schnuggles beim getunten Pisswaffer ja der wie viel da ist Schnuggles das wird es wahrscheinlich gewesen sein für Marlons Rekord ja das wird mich jetzt wieso ich hab doch meinen Rekord schon äh für den für den Masters Sieg meine ich jaa das wäre ich wahrscheinlich das wäre ich wahrscheinlich nicht mehr aufregen können ne den Masters den Masters Rekord meine ich ach so ja ne das sag ich nicht ja kein Wunder mit das hättest du geschafft wenn er noch mal 30 Punkte bekommen aber durch Zufall der 313 ne ja ich bin mal gespannt auf die wie viel hat er denn äh äh 270 also er muss noch 40 Punkte machen er kriegt aber die Runde schon mal keine 20 er muss also nächste Runde wesentlich mehr als 20 machen ich schaff's ja das ist ja nochmal ein Rennen vielleicht ist es aber auch äh ein Deathmatch mit zwei Teams und er ist Musiker Team wenn er da gewinnt ich bin nicht ins Ziel gekommen vernünftiges Banger Race einfach nicht ins Ziel gekommen in der Bestzeit wenn die Vita sowieso alles getunt hatte naja naja der hatte crazy alles da der ist jedes Mal ich bin immer wieder durchgezogen aber mit ungetunt kam's nicht hinterher der ist immer auf den Graden und sowas gezogen aber das Skelettmotorrad meine ich hab ich auch hab ich hab's nicht getunt ich hab's einmal getunt und einmal ungetunt bekommen und ich sag doch ich sitz auf Faust da hast du aber als er Verwandlungsrennen war da hast du aber reingeschissen 291 hat er einen Job noch hä das kann er doch schaffen zu hoffen wenn es hier wenn jetzt ein Deathmatch kommt dann hat er das wenn es ein Deathmatch kommt dann hat er das mit zwei Teams und du kannst deinen auch noch schaffen das ist ja das ist ne banger oder banger 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 wo ich hab's euch gesagt der war ein Fischer der Fisch ich hab's euch doch gesagt mann du kannst einmal verlängern ja nein so ich habe ein ganz ganz freundliches wort für dich ja das ist noch mal wiederholen das war ein bisschen genuschelt nach der liste gehe ich erstmal bei deiner mutter aus so wie immer so wie immer noch jetzt brauchst du doch ein bisschen glück heute das finale ja wenn mal und es schafft 50 punkte mehr als ich zu haben und das sieht danach aus dann gewinnt er die season doch ich denke schon wird schon stattfinden denke ich das direkt an halloween noch mal renio hat es irgendwelche auswirkungen wenn ich dich so ein bisschen bis ja nicht im final kampf der liste alter mehr eigentlich geht es doch jetzt nur mal oder und faust und jetzt geht es auch noch um los die dich und mich ich bin doch weg nach gerade was habe ich gerade getan ich habe einfach gerade komplett das dreckigste auto genommen was hätte man hätte nehmen können ich habe gar nicht und sidnick ich schwöre dir wenn mich ein nwm ich schwöre dir ich habe es gab nur das eine das so okay dann bin ich zufrieden weil ich habe gar nicht geguckt ich habe aber x gedrückt wie so ein trottel gab es überhaupt alle fahrzeuge habe ich ausgemacht wegen bänger wieder nur zwei rote autos insgesamt sind ja das sind die nubes irgendwie wird er diese winzer tun nicht schneller hey er ist falsch gefahren ihr wichser welcher ist marlon ich habe ihn mal und ist jetzt auf dem oh mein gott johnny ich wollte ich habe aus dem warrant genommen ich habe auch den warrant genommen das war ich danke danke ach hänke ich danke sehr schön ich bin gerade gestempt auch der war aber richtig richtig belastet oh gott gott geht weg der war geil das ist eine verratenung ich habe das klassiker eingestellt da gibt es den record ja da gab es noch panto, dune, äh hotring hotring ich häng mich mal anschein boah blacky haa mir hat das auch schon wieder so schwarz nein ich bin fünf doch nicht hier oder was drehen sie oh jetzt lag wir gleich oh man das stinker alter diese tür durchziehen jetzt hier 15 runden ich nehme den wall right ja ich bin gar nicht bei dir ich bin zählter ja ich kenne joh sorry hänke ich bin bei dir hänke was du meinst du mir ich bin bei massi ja ist ihre wazins höhen wo ist marlon ich bin da wessen nach boah massi schöne pirouette weg hier weg hier weg hier hänke ich komme ohne seite sehr schön hallo ist das schön mit leuten zu fahren ja genau war so klatsch ja ja ich sehe hier immer nicht wo die wand ist ich komme rechts ich komme rechts ich komme rechts oh mein gott oh ich musste ausweichen oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich gehe rechts vorbei ich gehe rechts vorbei ich gehe rechts vorbei ja geil hier ist so ne richtig miese Ecke Malibu geh auf Fausthof Junge hier ist so ne richtig miese Ecke ich kann es nicht machen ich habe es gemerkt ich habe die Bremse ein bisschen versagt alles gut wer ist der Typ alter wer kam da angesprungen das war ich das war ich das war ein Stein ja 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 einfach Albert chillimeli das war ne richtig malibu ich bin in ja komm maaaan oh das ist doch schwarz so sieht man das das ist gefährlich nein nein Madibu nein ich häng vor dem Baum ich komm nicht weg ich versuche extra ich versuche extra richtig schön auszuweichen und die leute bremsen ab und geben dann die Maßen bremsen ab und geben dann die Maßen bremsen ab die Maßen bremsen ab und geben dann die Maßen bremsen ab ich kann doch hinschotten das ist nicht das ist nicht ey wer war das denn hier wir habe ich dann gecheckt ja das war Piri da ist ah danke dritter jetzt quasi was soll das vierter oh ich denke im Busch ja ich fang damit ich fahre mit Schwung rum wenn sie da rumbrennen und rumschlagen das ist nicht mein Problem alter ich bin zu meine Fresse oh Malo hab ich überholt ich kann auch gerne die Adresse für zu checken und dann kommt der vorbei ich stopfe dir persönlich ja ich habe kein Problem miteinander ich bin zu das ist ein ich bin zu ich bin zu ich bin zu ist irgendwie letzter platz oder sowas und die ganze zeit den leute rein die vorne mitfahren ja die ersten zweiten dritten und so fahren und schneller schneller ist ja ja mal und wir haben uns auch mal lieber ja auch mal was ist das ja ich hänge schon irgendwo fest hallo was machst du da hinten umfahren genau das ist auf den ersten und nicht auf 6 da hinter mir kommt eine massa an fahrzeugen das ist alles backmarkers das sind alles backmarkers alter die schießen so um mich herum ich konnte ja ich gar nicht wer steht denn da wieder direkt an der kurve und langweilig kann einer mal mal um den arsch wegziehen das wird jetzt richtig gefährlich ich bin nur 15 der einzige der mir jetzt noch gefährlich sein könnte wäre dann ja ganz schön gefährlich da hatte ja ich muss schon schwierig doch doch nicht was nur noch eine runde fach crash in der mitte crash in der mitte oh mein gott jahre jungen nein ich habe schon was mit auszuweichen ich habe nach rechts gezogen hat das funktioniert wenn wir das jetzt versaut hätten alter schwe boah ich habe das das war der zweite platz ich bin nur jetzt nein die wird passiert solange ich vor dir beende ist alles gut du hast das dritte rennen jetzt schon vor mir beendet ich wollte gerade sagen ich habe drei rennen was los mit dir heute war nicht mein tag ich schließe mich faust so an scheiß also drei jobs die haben es irgendwie richtig verkackt hauptsache nikita die beste runde mit 25 sekunden ja wenn du hinten bist dann hast du halt den vorteil hinten hast du halt kein aufholen ich habe es gemerkt ich bin die ganze Zeit mit den backmarkers gefahren die sind die ganze zeit weggezogen und vor mir ich kam nicht von denen weg weil die die ganze zeit vor mir waren alter die hatten natürlich keinen slowdown das war ganz belastend ja du hast doch hinten mehr frei ne du hast das war jetzt unnötig ja aber ich weiß nicht also das war jetzt irgendwie alles so das war jetzt nichts schlimmes so ja piri hat einfach seinen platz ein bisschen verwechselt und semko weiß ich nicht ja mann ein mann eine legende glückwunsch hänker stark ist ja so schön gewesen hätten wir weiterfahren können der erste zusammen bleiben können 311 in der liga geschlagen er hat es nicht geschafft malon hat um zwei punkte seinen rekord den insgesamt rekord und ich habe um zwei punkte meinen rekord geschlagen aber gg malon was die sieben geworden ich war jetzt glaube ich war die letzte mal zweiter oder dritter kann es sein das war jedes mal so ganz knapp den sieg verpasst gg stark malon das ist jetzt sogar die zweite liste die ich gewonnen habe zweite liste und eine ganze season bist du der erste von vor acht der eine liste gewinnt eine season sind ja ich glaube ja ja stimmt los die hat auch keine gewonnen ja du bist der erste also ich glaube so die season winner sind größtenteils irgendwie gas du johnny ich malon malon hat doch gerade seine gewonnen ja ja nein aber das sind die season winner jetzt insgesamt äh bone breakers vergessen haben wir gerade gesagt da bocha hat meine gewonnen toasty hat meine gewonnen und darkblatt hat meine gewonnen und foxy hat auch meine gewonnen den john da raus muss auf den john nicht wie viele seasons hatten wir mittlerweile im game in gta masters halte 21 ist das jetzt ich habe glaube ich drei oder vier dieses wird gespielt ja hast du und die auflösung wie nein er war mit sieben punkten ich habe mich selber gefickt mit der liste naja ja frage ja 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 Cl� halte sowohl hast du auf mich geschossen na das bild uns wieder ein hallo ich bin wieder weiter aus ihr idioten drauf jetzt hast du was gemacht schnell ist jetzt hast du was gemacht jetzt gibt es dir ja ich habe es genau gesehen schlag als du hast du du hast nvmc angegriffen weg holen und genau hat er pech gehabt hat er pech gehabt wenn ich jetzt abschießt dann geht ich weiß nicht was leute ich gehe mal jetzt schön offline viel spaß mit dem was auch immer da noch passiert ich bin raus viel spaß tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020